Und dann gucken wir uns vom Y-Kollektiv, weil das heute sich schon gewünscht wurde, Twitch-Dauerstream, wenn das Leben online stattfindet. Das klingt schon nach einer Wertung. Ich will aber nichts vorgreifen. 72 Stunden. So lang ging sein längster Stream. Also drei Tage am Stück. Das war peinlich. Ich bin eingeschlafen und bin vom Stuhl gefallen. Beverly, danke schön. Danke schön. Vielen Dank. Und mich, oh mein Gott, danke schön. Wie ist das, ständig zu streamen? Noch nicht, PM. Noch nicht. Und warum hockt man tagelang vor dem PC und spielt? Das frage ich mich auch, warum ich das mache. Das ist langweilig. Warum sitzt man tagelang vor dem PC und spielt? Das ist langweilig. Nö, absolut nicht. Und reicht es, Online-Freunde zu haben? Man muss sich immer vorstellen, das sind echte Menschen. Jeder Einzelne. In diesem Film tauche ich in das Twitch-Universum ein und will herausfinden, wie ist es, wenn dein ganzes Leben online stattfindet? Ist ja falsch. Es findet nicht, auch bei einem Streamer, findet nicht das ganze Leben online statt. Es gibt den Stream und es gibt auch noch das reale Leben, das davon teilweise ausgekoppelt stattfindet. Sobald man das beruflich macht, überschneidet sich das natürlich. Entschuldigung. Ich glaube, ich bin ein bisschen krank. Kurze Twitch-Kunde. Bin ja nicht mal halb so weit wie sie, was ich sage. Also, ja, halb so weit wie sie mit den Subs. Das ist von einem Freitags-Stream. Vivi heißt sie in echt und sie ist 23 Jahre alt. Sie streamt auf Twitch, hier gerade im Just-Chatting-Bereich. Manchmal streamt sie auch, wie sie spielt. Insgesamt wurde dieser Stream bisher über 15.000 Mal angeschaut. Im Chatfenster rechts kommen ständig Nachrichten rein. Auf die meisten reagiert sie. Bei dir wurden immer allen geholfen. Das ist schön. Das ist das, wie es sein sollte. Mein Eindruck? Die Themen sind eher belanglos. Hauptsache keine weißen Wände. Also, ich muss sagen, ich mag so Dunkelgrau, finde ich schön. Boah, könnte ich mir gar nicht geben, ne? Oh, Mann, schön gespielt so. Ich tue mal so. Dafür gibt es aber verbale Fürsorge für jedes Wehwehchen. Das ist gar kein Problem. Du darfst gerne schlafen. Ruhe dich ein bisschen aus. Aber es gibt Leute, die mögen das natürlich. Und sie macht das hauptberuflich. Pro 5 Euro Monatsabo geht die Hälfte an sie und man kann ihr während des Streams Geldgeschenke machen. Dann sagt sie meistens Eveli, Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Und mich, oh mein Gott, Dankeschön. Dankeschön. Ihr habt jetzt nur ein paar Sekunden gesehen. Vivi macht das aber zwischen 4 und 10 Stunden am Tag. Ich besuche sie zu Hause in ihrem Gaming- und Schlafzimmer. Vorher wurden wir alle negativ... Sie erfüllt voll das Girlie für die Pädophilen. Icke, bitte nicht jetzt jedem, der bei ihr zuschaut und das, was sie tut, toll findet, gleich den Stempel Pädophil aufdrücken, Bruder. Das ist schon wieder... Das geht schon wieder in eine ganz gefährliche Richtung, Mann. Dieses gekünstelt wirkende, beruhigend reden ist extra anstrengend, ist ultra anstrengend. Mir kommt's... Also ganz ehrlich, bei mir triggert das auch eher so, dass ich, keine Ahnung, eher so das Gefühl habe, die meinen das nicht mal ernst. Ich will sie nicht unterstellen, aber es wirkt halt irgendwie so. Es ist ganz komisch. Auf mich wirkt es so, dass ich mir denke, boah, wie fake. Geht noch faker? Ich habe nicht ihre Zuschauer damit gemeint. Ja, aber... Aber sie erfüllt voll das Girlie für die Pädophilen. Wen meinst du denn dann damit? Ich geh mal besser. Hallöchen, wie geht's dir? Getestet. Rollladen sind unten wie immer. So kann sie ihren Tag-Nacht-Rhythmus selbst bestimmen. Von hier beamt sie sich in hunderte Zimmer. Nachdem ich ein paar Streams gesehen habe, will ich wissen, ist sie wirklich so, wie sie sich online zeigt? Ich meine ihre Rolle, ja, aber die Rolle, in die schlüpft sie für ihre Zuschauer, oder? Ich habe mir tatsächlich am Anfang, als ich angefangen habe zu streamen, überlegt, ob ich in der Internetpersönlichkeit sein möchte oder ob ich einfach ich selbst sein möchte und habe mich dann dazu entschlossen, dass ich einfach ich selbst sein möchte, weil ich keine Lust habe, mich jahrelang zu verstellen. Ja, macht ja auch Sinn. Genau. Also, wie gesagt, es gibt... Sie sagt gerade genau das Gegenteil von dem, was... Was? Leute, denen macht das Spaß, einfach so... Kamera ist an und sie sind jemand anderes. Also, selbst das, jetzt gerade, würde ich auch noch so als Vorstufe der Kunstform... Und zwar ist das, wer das beim Knossi gesehen hat, wie Knossi mit Kai Pflaume, natürlich noch vor der Kamera, aber wie Knossi so mit dem Pflaume und so weiter und bla und so. Und sobald er seinen Rechner angemacht hatte, das ja schon so hibbelig wurde, so ganz komisch. Und so würde ich sagen, so... Ach, ich kenne sie nicht, ich kenne jetzt gerade mal zwei Minuten 40, ich will da auch nicht ungerecht sein, aber so kommt mir das einfach rüber, das schnuppert halt so, ne? Aber sie redet trotzdem noch anders. Ja, zwar immer noch so ein bisschen, ne? Aber im Stream ist sie... Ey, oh, danke. Oh, schön. Uff. Aber ich dachte mir, wenn ich mir jetzt jemanden überlege, vielleicht mag ich den in fünf Jahren nicht mehr und dann muss ich ihn ja irgendwie weiterspielen, weil man hat sich ja damit was aufgebaut. Und das ist irgendwie durch. Kannst du mir erklären, was Twitch für dich bedeutet? Oder was das für dich ist? Hallo. Na dann können wir... Willst du mitgucken, oder wie ist das hier? Äh, kenn ich schon. Kennst du schon? Ja. Also willst du nicht mitgucken, verstehe ich. Ich hab schon zweimal gesehen sogar. Zweimal? Warum das? Einmal so und einmal bei dem Streamer-Reaction. Okay, okay. Wenigstens gibt Knossi das zu, voll und ganz, ne? Aber das... Ach, gucken wir einfach weiter. Ich will nicht zu viel werten. Darf ich ein bisschen drüber nachdenken? Ja, klar. Boah, das ist echt schwierig. Das ist wirklich keine leichte Frage. Das ist auch nicht schlimm. Ich frage einfach immer so ein bisschen den Raum und irgendwann... Ich verstehe das vollkommen. Es bedeutet mir einfach so viel, dass ich es gar nicht wirklich in Worte fassen kann. Es ist halt die Möglichkeit, dass ich nicht einsam bin. Das ist die Möglichkeit, dass ich die... Also ich kann... Darf Geld damit verdienen. Das ist eines der größten Träume, die die meisten Menschen haben. Das ist unfassbar... Also für mich immer noch unfassbar. Auch wenn ich es jetzt seit drei Jahren mache. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Und ihr Traum ist eben Twitch. Sie sei im echten Leben eher schüchtern und würde sich vor allem auf der digitalen Bühne wohlfühlen. Du hast gesagt, das hilft gegen die Einsamkeit. Kannst du das noch genauer erklären? Als ich angefangen habe zu streamen, hatte ich einen recht großen Freundeskreis, die alle dagegen waren. Die fanden das überhaupt nicht gut. Dementsprechend haben sie sich alle von mir abgewandt. Und ich hatte irgendwann nur noch den Stream. Aber dadurch, dass ich halt, immer wenn ich live war, so gesehen Leute hatte, die mit mir geredet haben, mit denen ich so gesehen meine Zeit verbringen konnte, war das dann irgendwann so die Alternative für mich. Heftig. Stellt euch mal vor, mit Anfang 20 wenden sich all eure Freunde ab. Aber ich kenne natürlich auch nur ihre Seite der Story. Naja, außerdem, wie gesagt, das ist ihre Entscheidung gewesen. Sie hat sich dazu entschieden, das war auch eine Abkehr ihrerseits von diesen Leuten. Das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. In dem Moment, wo du sagst, du bist aktiv auf Twitch und machst das Ganze Vollzeit, ja, dann liegt es an dir, auch alles andere so zu deichseln und zu regeln. Weil es ist halt ein Job wie jeder andere auch. Und es liegt an dir, wie viel Zeit du dem Ganzen beigeben möchtest. Jetzt an ihrem Wohnort kennt sie nur ihre Mitbewohner. Befreundet ist sie mit denen aber auch nicht, sagt sie. Online ist sie dafür aber top vernetzt. Was sind denn das für Freunde? Auch so Erfahrungen gemacht, Fiddle? Gute Frage, Sparta. Da fragst du aber eigentlich den Falschen. Weil ich habe sehr viele Menschen aus meinem Leben entfernt. Weil dieser Begriff Freunde ist für mich eine Begrifflichkeit, die einfach viel zu häufig, mit der man so einfach um sich schmeißt. Ich liebe dich, es sind meine Freunde und keine Ahnung was. Das sind so Wegwerfartikel, weißt du? Dass so, oh, ich habe dich heute kennengelernt. Du bist so ein toller Mensch. Ah, du bist mein Freund so. Weißt du, was Freunde für mich sind? Ich habe zwei. Und das, seit ich klein bin. Ich habe, es gab eine, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, es gab eine Zeit, wo ich festgestellt habe, dass ich in diesem ganzen Gruppengefühl, in diesem Gruppengefüge, aufgrund auch meiner, meiner sehr raumfordernden, dominanten Art, dass das, dass ich da, dass ich das nicht möchte. Ich will ein selbstbestimmtes Leben führen. Habe ich schon als, als relativ junger Mensch festgestellt. Und habe mich aus allem rausgezogen. Und unter anderem auch diese Phase, als ich dann mit dem Alkoholtrinken und so weiter, diese Saufenparty machen, als ich mich dagegen entschieden habe, habe ich mich auch absichtlich gegen meine damaligen Freunde entschieden. Und bin raus aus diesem Gruppengefüge. Und das war der Moment, wo ich ganz viele Leute wirklich auch entsorgt habe aus meinem Leben. Und es gibt ganz wenige Leute, mit denen ich wirklich in irgendeiner Form Vertrauen habe. Vertrauen aufbaue, wie auch immer. Es gibt Arbeitskollegen, Kumpels, sowas, genau. Aber Freunde, richtige Freunde, sind für mich dann schon Teil der Familie. Und da gibt es ganz wenige. Es gibt Leute, ich suche mich auch immer aus. Also ich habe kein Problem damit, sehr intensiv oder auch sehr tiefgreifende Gespräche, auch was persönliche Dinge betrifft. Die ich auch mit teilweise wildfremden Leuten schreibe, über Insta oder sonst was. Aber das wähle ich aus. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Ich habe zum Beispiel gestern habe ich mit einer weiblichen Person meinen jetzigen Beziehungsstatus erörtert und wie ich meine Kleine kennengelernt habe. Das ist ja eigentlich recht privat und so weiter. Aber da hat es einfach zu der Situation gepasst. Das entscheide ich bei jedem Einzelnen. Aber dieser Begriff Freunde, das, was sie da gerade als Freunde beschrieben hat, wären in meinen Augen keine Freunde, sondern das sind Randmenschen, die man irgendwann mal so als Teil des Lebens gesehen hat und jetzt dann aber nicht mehr. Das sind keine Freunde. Wenn die sagen, oh, du fängst jetzt an mit Twitch, wir wenden uns ab von dir. Warum? Je nachdem, wie sie ihre Arbeitszeiten legt mit Twitch, da hat sie halt dann während dieser Zeit keine Zeit. Hast du aber auch nicht, wenn du arbeiten gehst. Also, ich glaube nicht, dass hier viele von euch sitzen, die während der Arbeit noch Zeit groß für ihre Kumpels und Freunde haben und irgendwelchen Scheiß machen. Digga, wollen wir heute angeln fahren? Ja, ich muss zwar eigentlich arbeiten, aber wir gehen angeln oder sowas. Nee. Wenn du auf Arbeit bist, bist du auf Arbeit. Also, wer das nicht akzeptieren kann, kann sowieso kein Freund sein. Oder war sie vorher arbeitslos. Also, hat sich dann mit Arbeitslosen auch rumgetrieben, die halt gar nichts, also, richtig dann so, so Harzer Niveau, wie man das so klischeehaft verstehen würde, den ganzen Tag nichts anderes, als rumgammeln und saufen oder was. Hä? Verstehe ich nicht. Aber als Streamer ist es doch, doch noch schwieriger, die Arbeit vom Normalen zu trennen, weil du ja auch keine wirkliche Arbeitsstelle hast, von der du heimfahrst und dann nach Hause und dann nicht mehr auf der Arbeit bist. Genau, so cool. Deswegen sage ich ja, es liegt an dir selber. Für mich beginnt mein Tag um 5 Uhr mit Twitch und hört um 23 Uhr auf mit Twitch. Ich bin den ganzen Tag auf Arbeit. Einmal, weil es hier in der Wohnung stattfindet und zum anderen, weil das bin ich, was ich hier darstelle im Internet. Das bin ich. Und wenn ich mit irgendwelchen Leuten schreibe über private Themen und die mir gegenüber auch Privates äußern, ihre Sorgen, Nöte, was auch immer, Liebeskummer, ich nehme da auch Anteil dran. Und wenn jemand mir irgendwelches Vertrauen entgegenbringt, egal wie fremd dieser Person ist, dann versuche ich natürlich auch, dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen und versuche ein bisschen was zurückzugeben. Das klappt nicht immer. Klar. Aber die Leute, die mir was wichtig sind, die mir was wert sind in meinem Leben, die haben auch vollste Akzeptanz für das, was ich tue. Die ist 23 und macht schon so etwas. Bestimmt nicht so viele andere Jobs gehabt. Nee, die hat wahrscheinlich die Abi gemacht und, keine Ahnung, hat dann ein Studium angefangen oder so, abgebrochen und macht dann die, also, keine Ahnung, vielleicht hat sie auch eine Ausbildung, hat schon gearbeitet. Das ist, können wir noch nicht wissen, vielleicht kommt das noch auf, aber so krass viel Berufserfahrung wird sie definitiv nicht gesammelt haben. Aber das sind definitiv keine Freunde, die sich von ihr abwenden, nur weil sie Twitch macht. Warum? Hä? Es gibt keinen Grund. Ich würde es nicht mal, wenn sie für Onlyfans oder auf irgendwelchen Webcam-Seiten das machen würde, einen Freund, jemand, der sich als Freund schimpft und nicht akzeptieren kann, dass du das und das beruflich machst. Weg damit. Weg mit dem Schmutz. Raus vor die Haustüre und nie wieder reinlassen solche Menschen. Das ist bescheuert. Ich weiß nicht, was ich jetzt mache. Ich mache mir kurz eine Narbe ins Gesicht. Die Narbe ist für ein Cosplay-Shooting. Und das ist nicht das einzige Klischee in meinem Kopf, das bestätigt wird. Gaming, Cosplay, Anime. Check, check, check. Tausende sind auch noch mehr Manker. Ist das auch ein Schönheitsideal? Okay, dann würde ich gerade auch sagen, das würde auch ihre 1000 plus Subs erklären, wenn sie anscheinend, wie war das? 15.000 Mal schon geklickt. Also entweder es ging nur um den Stream oder es ging nur um ihren Kanal. Aber wenn sie einen Kanal hat, der nur 15.000 Mal geklickt wurde, und sie hat schon 1000 Subs, alter Schwede, dann funktioniert das wahrscheinlich auch gerade, weil sie dieses Klischee voll bedient. Ein bisschen für dich. Irgendwie finde ich, du hast einen Manga-Einschlag. Siehst. Dankeschön. Uh. Nices Outfit. Dankeschön. Ihre Cosplay-Outfits näht Fräulein Freitag übrigens meistens selbst. Jetzt bin ich Fan. Dir ist aber gekauft. Kannst du grob schätzen, wie viele Cosplay-Outfits, Kostüme du so hast? Also aktuell habe ich hier 12 Stück. Ah ja. Weil ich letztes Jahr den Kalender gemacht habe, den Cosplay-Kalender. Ah, echt? Ich kann den euch gerne zeigen. Ja, zeig auf jeden Fall. Oh. Ich habe den hier. Ah, Kass. Guck mal. Dann hat sie nicht so einen kleinen Kanal. Wenn sie schon Kalender und so einen Scheiß macht, dann ist ihr Kanal nicht so klein, möchte ich sagen. Fräulein Freitag. Das muss ich mir mal anschauen. Ich Geburtstag. Das ist mein Bild. Klar wird, sie hat richtige Fans, die sogar Merch von ihr kaufen. Mega. Ist das raus, oder was? Ja, raus. Okay, dann ging es wahrscheinlich nur ums Video. Wir fahren in die Nähe für ein Shooting. Gamer wissen es wahrscheinlich schon. Ich bin Siri, aber im Cyberpunk-Universum. Auf den Auslöser drückt sie selbst mit einer App. Da wird einem ja schon beim Zugucken kalt. Ja, es ist halt sehr viel justieren, weil man halt niemanden dabei hat, der einem ein Date macht. Und dann macht man einfach super viele Bilder. Hups. Ca. einmal im Monat macht sie solche Shootings. Öfter gehe sie momentan sowieso nicht aus dem Haus. Aber auch ohne Corona geht sie fast nur für Gaming-Messen raus, erzählt sie mir. Ich kann mir das schwer vorstellen. Gut, mein Job findet auch nicht auf Twitch statt. Aber trotzdem. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so an mein Leben denke, dann denke ich, dass mir vor allem so draußen irgendwie mehr Highlights passieren. Aber das kann ja total... Das stimmt. Ja, das schon? Ich muss sagen... Zuhause ist ein Safe Space. Hat aktuell 791 von 800 Subs. Ist doch nice. Ist doch nice. Also zuhause ist ein Safe Space. Gerade für Leute, die eher auch ein bisschen asozial sind. Und damit meine ich jetzt nicht die Leute, die ihren Müll vor die Haustür schmeißen oder sonst was, sondern wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die nicht so sozial sind. Die nicht so viel menschlichen Kontakt brauchen. Ich bin misantrop. Ich bin gerne für mich alleine. Ich bin gerne ein Einzelgänger. Ich habe lieber Natur um mich rum als Menschenmassen. Deswegen kriege ich schon halb Panikzustände, wenn ich mir vorstelle, dass Leute unbedingt sich mal mit mir treffen wollen. Und zwar dann auf sowas wie Gamescom oder sowas. Aber ich werde da alleine schon hinfahren aufgrund dessen, dass das für meinen Twitch-Kanal nur ein Positives bedeuten kann, wenn ich da hinfahre. Außerdem, na klar, es gibt so viele coole Leute in der Community, die ich gerne treffen möchte. Und zwar auf sicherem Boden, ohne dass die rausfinden müssen, wo ich wohne und wie ich jetzt genau wohne. Oder dass die jederzeit, wenn sie ihnen denn gerade in den Krampass bei mir vor der Haustüre stehen können, das wissen eh schon zu viele. Also drei, vier Leute wissen es einfach schon, genau wo ich wohne. Zwei haben mich schon besucht aus der Community. Mit dreien habe ich mich insgesamt schon live getroffen. Das ist schon in Ordnung. Aber es muss halt nicht mehr sein. Und dafür ist dann so eine Messe gut. Aber ich komme auch so noch raus. Nur viel zu selten. Das hat aber auch damit zu tun, dass man sich einfach, weil ich eben dann so bin, ich vergrabe mich dann komplett in meine Arbeit. Das ist aber dann mein Problem. Das habe ich mir selber ausgesucht. Seitdem ich einmal diesen Stalker hatte, fühle ich mich halt draußen einfach unsicher. Krass. Ja, Stalker. Jetzt macht auch Sinn, dass es ihr wichtig ist, nicht zu erzählen, wo sie wohnt. Also wenn sie die Maus weiterhin in den Lackklamotten zeigen, dann hat sie bald einen Stalker mehr, Kapper. Heute verrät sie in ihren Streams nichts, was irgendwie auf ihren Wohnort hinweisen könnte. Früher war sie weniger vorsichtig. Und das hat dazu geführt, dass eine Person einfach durch die Sachen, die ich gesagt habe, herausgefunden hat, wo ich wohne. Okay, der hat auch noch seinen Job ein bisschen missbraucht, weil er da explizit Infos hatte. Er hat mich gefragt, bei welchem Telefonanbieter ich bin und sowas. Und ja, das hat dann halt... Ich habe auch schon jemanden, der sich die Mühe gemacht hat. Also jemand, bei dem ich... Das war dem sogar peinlich. Der hat sich dann die Mühe gemacht, rauszufinden, wo ich wohne. Also Wohnort stimmte, Adresse stimmt, also die Straße stimmte zumindest. Ich würde es keinem empfehlen, das zu tun. Das lasse ich definitiv nicht auf mir sitzen. Falls irgendwer auf die Idee kommen sollte, mich hier zu belästigen. Möchte ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass es so weit kommt. Ich will, dass wir alle einfach schön leben und unsere Ruhe haben. Gibt es alles, ja. Jetzt in meinem Fall war es niemand, der böse Absichten hatte. So geführt, dass er meine Adresse hatte. Und dann stand er da plötzlich? Ja. Er stand einfach auf meiner Tür und meinte, ich stehe vor deiner Tür, komm raus, ich will dich heiraten. Und ich hatte so Angst, ich habe kein Fenster mehr berührt. Ich bin immer nur noch an den Wänden entlang gelaufen, weil ich Angst hatte, dass er reingucken kann. Total doof eigentlich. Aber ich... Aber das... Ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe auch da die Polizei gerufen, aber die sind vorbeigefahren, weil da steht niemand mehr vor deiner Tür. Wahrscheinlich hat er das Auto gesehen und ist weggelaufen. Ja, bei mir wäre wahrscheinlich das Resultat, dass die Polizei hinterher gerufen wird. Möchte ich einfach nicht. Macht es nicht. Das ist dumm. Also, nein. Lass... Also diese ganze Stalker-Scheiße. Also, wer auch immer das macht, bitte nicht. Dann kommt er mit einer Sense. Nee. Ist ineffizient schnie. Macht es nicht. Das ist... Das ist... Das ist einfach... Keine Ahnung. So, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr irgendjemandem besonders nahe sein wollt, dann seid aktiv im Chat und baut vielleicht auch darüber eine gewisse Freundschaft auf. Der Trixie hat mich schon besucht. Ich habe mit dem... Der Eraser, der wohnt ja hier auch nicht so weit weg. Der hat mich mal besucht. Das ergibt sich. Aber wagt es euch nicht, bei irgendwem einfach vor der Türe aufzutauchen und so, ich liebe dich und ich will bei dir sein. Nein. Definitiv nicht. Das funktioniert so nicht. Das muss sich schon anders ergeben. Versucht es nicht zu forcieren. Das ist einfach... Boah. Ich weiß schon nie. Ich gehe mal davon aus. Wie gesagt, ich will gar nicht, dass es so weit kommt. Wie weit weg dann vom Eraser? Der 1 Eraser, der wohnt in Rostock. Ich wohne auf der Insel Usedom. Kannst du dir ausrechnen. 1,5 Stunden Fahrzeit mit dem Auto. 1,5 bis 2 Stunden. So, der Baida weiß glaube ich auch schon, wo ich wohne. Dem habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ja, aber ich kann mir sowas nie merken. Ja, was auch in Ordnung ist. Den Orts hat es mir mal gesagt, aber ich weiß es nicht. Das ist dann wiederum cool, weil wenn ich merke, so dem anderen ist das eigentlich ziemlich latte, der vergisst das wieder. Keine Ahnung. Dann bin ich wesentlich entspannter als jemand so, wo wohnst du, wo wohnst du? Ich will gerne wissen, wo du wohnst. Warum willst du das wissen, Alter? Ja, so scheißegal, wo jemand wohnt, solange es in Bayern ist. Kapper. So, weil es bietet sich dann einfach an, keine Ahnung, das kommt dann mal spontan. Ich meine, ich habe letztes Jahr im Sommer, wo es hieß, ihr würdet nach Berlin fahren, habe ich gesagt, du kannst ja hier vorbeikommen. Ist auch ernst gemeint. Ist dann ein Angebot von mir. Also das heißt, wenn ich irgendwen einlade aus meinem Stream, das kommt von mir und nicht andersrum, Alter. Fischinator, warum? Widerst du meine Liebe nicht? Du bist so aufdringlich, Fischi. Ich will nicht jeden Tag Pienbilder. Ich habe gesagt, ich stehe auf Ärsche. Nee, also, das ist halt echt nicht geil. Das ist echt krank. Leute, das ist nicht geil. Und ihr braucht nicht davon ausgehen, also wenn irgendeiner dabei ist, der Stalker ist, ich hoffe es nicht, dass ihr das, was ihr hofft zu kriegen, dass das erwidert wird. Das wird nicht passieren. Macht es anders, Leute. Geht ein bisschen klüger vor. Das ist wirklich geil. Vivi erzählt, dass sie sich immer noch mal verboten hat. Guck mal, jetzt mal ohne Witz, wenn das meine Mausi wäre und sie kommt rein, vor der Haust, ich habe einen Stalker. Was denkt ihr? Da wäre mir scheißegal, was ich gerade anhabe. Ich würde mir meine Axt oder mein Bayonett schnappen und würde runterspringen auf die Straße. Oder von mir aus auch nur mit der blanken Faust. Meint ihr, das würde ich mir gefallen lassen oder meiner Kleinen gefallen lassen? Der Stalker begibt sich ja dann auch in eine Gefahr. Für mich ist ja Stalking jetzt nicht unbedingt jemand, der nur Böswilliges hat, sondern einfach der, keine Ahnung, einer, der meint, der ist so ein großer Fan und der will diesem Menschen unbedingt nahe sein und ach, wenn sie mich nur sieht, dann verliebt sie sich schon in mich. Also das geht ja mit einer weniger bösen Absicht los und Stalking kann ja halt wirklich ins Extreme gehen. So, ich gehe jetzt mal nur vom Nichtbösen aus. Dann stehst du da und dann kommt halt so ein absolut weißglühender, aggressiver Typ aus dem Haus und gibt dir halt richtig einen mit auf der Straße, weil dann legt sich vielleicht ein Schalter um und der macht dich weg, der Mensch. Ich weiß noch nicht, ob sie einen Kerl hat. Boah, die ist so süß im Haus. Du stehst bei dir vor der Haus hier. Lass uns heiraten. Fünf Minuten später kommt einer vors Haus gesprungen und gibt dir halt richtig einen mit. Das ist nicht klug. Flux! Vielen Dank für dein Follow. Thank you so much for follow, man. Hast du ein Bayonet? Ja, hab ich. Hab ich. Vor allem, was hat man davon? Außer irgendwann eine Anzeige und man muss gesetzlich Abstand halten. Einmal das, ja. Äh. Und, äh. Saku, sagen wir es mal so. Ich habe einiges an Werkzeug im Hause. Also, hier versuchen einzubrechen und ich merke, das wäre eine sehr unkluge Idee. Sagen wir es so. Es wäre einfach nicht gut. Ich will gar nicht, dass es so weit kommt, Alter. Ich möchte gar nicht gezwungen sein, mich in irgendeiner Form verteidigen zu müssen gegen irgendwen. Dass ich in diesen, und das passiert bei mir sehr schnell, dass ich, äh, auf diese Eskalationsstufe komme und, äh, das Bedürfnis empfinde, okay, ich muss jetzt handgreiflich werden, um mich zu verteidigen. Macht's, Leute, macht das einfach nicht. Ich gehe einfach mal davon aus, dass jemand, der mit Stalking anfängt, einfach nur so ein, so ein, äh, unbefriedigtes Grundbedürfnis hat, einem gewissen Menschen sehr nahe zu sein. Das kann man auch anders erreichen. Man kann wirklich, da muss man sich aber die Zeit nehmen, eine Freundschaft aufbauen. Auch übers Internet. Auch mit Leuten, die ziemlich groß sind. Kann ich aus eigener Erfahrung erzählen. Bekommst du Fanposts oder Schlüppis? Ne. Einmal, weil ich keine Adresse angegeben habe. Wir werden irgendwann, werden wir sowas einrichten, dass, dass wir einmalwegs auch dem, äh, wegs der Amazon-Wishlist und so weiter. Und danke Flux für den, für den sehr lieben Kommentar auf jeden Fall. Aber, äh, ich möchte nicht, dass meine Adresse einfach so im Internet ist. Ich will, wenn mir jemand etwas zuschicken möchte, möchte ich demjenigen die Möglichkeit natürlich bieten. Da habe ich jetzt nicht unbedingt Interesse daran, mich daran zu bereichern, sondern, äh, keine Ahnung, wenn jemand irgendwas, äh, äh, Fan-mäßiges machen möchte, ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, dass ich Fans habe, aber das ist anscheinend der Fall. So. Aber wenn es um, um Fanposts und so weiter geht, äh, dann, dann sind wir, würde ich auch diese Thematik hier, Smartphone auf Insta, wenn, wenn weibliche Streamer immer so, ich habe schon wieder Pien-Bilder und so zugeschickt bekommen, habe ich auch schon mal, äh, ne, auch schon mal thematisiert. Ich habe auch schon Bilder geschickt bekommen. Also, das ist, das ist, das ist Fakt, das ist Fall. Freut mich auch, ist schön. Nur, bis jetzt hat niemand das bedient, was ich gerne sehen möchte. Das ist alles. Da will er die Schlüppis bekommen. Nicht unbedingt, weil ich auf, auf Schlüpfer nicht stehe. Also, ich würde eher vielleicht sogar noch auf das Angebot eingehen, dass jemand meine getrangene Schlüpper kaufen möchte, bevor ich welche haben will, von euch. So. Willst du mein Freund sein? Nein? Okay, ich versuche es morgen nochmal. Ja. Gewalt ist das letzte Mittel. Erstmal ausweichen, dann eine letzte Warnung. Und ganz wichtig, wenn du meinst, Gewalt ist angebracht, dann aber auch mit maximaler Härte, damit das kein endloses Ding wird. Ezekiel, für mich ist es da, da muss ich dann auch dazu stehen, für mich ist diese Eskalationsschwelle, ist schon viel früher erreicht. Wenn jemand der Meinung ist, er muss meine Adresse rausfinden und besucht mich, ohne dass er mich gefragt hat, ohne mein Zutun und belästigt mich hier, dann ist für mich schon eine Eskalation erreicht. Da würde ich wahrscheinlich, da würde ich wahrscheinlich noch ungehaltener reagieren, als ein Monte, bei dem geklingelt wird. macht es einfach nicht. Das macht es nicht. Das ist nicht gut. Weil in dem Moment, wo jemand der Meinung ist, aus dem Internet, er findet meine Adresse raus, fährt hierher und meint so, ey, hallo, da bin ich. Bruder. Wie dumm bist du eigentlich? Du kannst den ganzen Stress umgehen, indem du mit mir kommunizierst und du von mir das Signal kriegst, ey, ich hätte kein Problem damit, dass du mich besuchen kommst. Hier hast du meine Adresse. Aber von dir aus die Adresse rauszusuchen und dann einfach vor der Haustür zu stehen und ich habe schon mal jemandem gezeigt, wie leicht es war, die Adresse rauszufinden. War eine Dame, die sich im Internet recht freizügig präsentiert. Super nettes Mädel. Habe dann praktisch bei mehreren Sachen rausgefunden, wo sie das gedreht haben. Habe dann ihr auch irgendwann mit ihrer Adresse gesagt, ich habe gar kein Interesse an dir weiter. Ich werde auch niemals bei dir vor der Haustür stehen, aber wenn es mir gelingt, den Scheiß rauszufinden, irgendein kranker Penner ist da draußen, der vielleicht wirklich das nutzt, sich in sein Auto setzt und bei dir vor der Türe steht und dann irgendwelche Faxen macht. Ich bin jetzt, nehme mich dann als den negativsten Fall, hoffen wir es, handle bitte. Macht es einfach nicht, Leute. Das kann so krass nach hinten losgehen. Und vor allem, ich bezweifle, dass jemals ein Stalker mit dem, was er tat, wirklich Erfolg hatte. Bezweifle ich irgendwie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Frau oder irgendein Mann das richtig geil findet. Ich habe mir die Mühe gemacht, im Internet rauszufinden, wo du wohnst und jetzt stehe ich vor deiner Haustür. Ein wildfremder Mensch. Lieb mich jetzt. Das hat, glaube ich, noch nie funktioniert. Möchte ich wetten. So. Gebt demjenigen die Möglichkeit, ja oder auch nein zu sagen, abzulehnen. Sucht den vernünftigen menschlichen Kontakt, den zwischenmenschlichen Kontakt. Geht auf denjenigen ein und dann werdet ihr merken, ob derjenige Interesse hat oder eben auch nicht. Mich hat letztens einer im Wald aufgespürt, wo ich eine Hütte gebaut hatte. Hab da Bilder von gemacht und geschrieben, guck mal, ich war auch so blöd, das zu kommentieren. Na jedenfalls habe ich durch seine Online-Präsenz rausgekriegt, wo er wohnt und hab seiner Frau zwei Flyer von einem Beerdigungsinstitut in die Hand gedrückt mit dem Satz, wäre schön, wenn wir uns nicht wiedersehen müssen. Uff. Ja, okay. Kann man auch machen. Das ist einfach ein zu krasser Eingriff in die Privatsphäre. Du sagst also, der nackte Mann funktioniert nicht. Schade. Sagte Angu und steckte das Handy in die Tasche seines Trenchcoats und er machte sich wieder auf den Abstieg vom Balkon im achten Stock. Nee, aber macht's nicht, Leute. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid so ein krasser Ultra-Fan, dann lasst es den Streamer anderweitig spüren, dadurch, dass ihr präsent im Stream seid, dadurch, dass ihr den Streamer unterstützt in jeder Form oder wen auch immer. Und dass ihr vielleicht einen persönlichen Kontakt aufbaut übers Internet, weil auch da kann eine Freundschaft entstehen, definitiv. Aber ihr müsst demjenigen die Möglichkeit geben und nicht einfach euch demjenigen aufzwängen. Wenn das passiert, dann braucht ihr euch nicht wundern, wenn die Sache eskaliert und das richtig nach hinten losgeht. beobachtet fühlt, wenn sie draußen ist. Gegen die Einsamkeit hat sie sich Kaninchen angeschafft, erzählt sie, als sie noch alleine wohnte vor circa eineinhalb Jahren. Jetzt, wo sie Mitbewohner hat, gehen die auch für sie einkaufen, erzählt sie. Also ist sie sehr asozial. Also dann hat sie wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob man das asozial nennen kann, aber sie hat auf jeden Fall eine Sozialphobie oder sowas. Sie ist, sie geht nicht mal gerne einkaufen. Da sehe ich mich, ich gehe nicht gerne einkaufen. Ich hasse es, rauszugehen. Also unter Menschen zu gehen. Lieber gehe ich raus in den Wald, an den Strand, ans Wasser, wie auch immer. Aber einkaufen, ich hasse das, Alter. Ich hasse einkaufen, Mann. Also ich muss sagen, als ich noch allein gewohnt habe, also vor der WG jetzt, war mein einziger sozialer Kontakt, die Kossiererin, mit der ich geredet habe. Das ist jetzt hier natürlich anders. Ich sehe meine Mitbewohner schon ab und zu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mir fehlt irgendwie. Weiß nicht. Wie viel kann man mit seiner Online-Community teilen? Offensichtlich schaue man nicht den Wohnort. Hat man manchmal den Moment, dass man zu viel teilt, was man irgendwie bereut, wo man denkt, ich kenne die Leute doch gar nicht, jetzt habe ich denen vielleicht zu viel preisgegeben. Na klar. Also ich achte schon sehr darauf, was ich sage und was nicht. Und wenn mir was rausrutscht, dann sage ich, ja, das habt ihr jetzt vergessen. Und dann haben sie es auch vergessen. Ja. Ich glaube nicht, dass mir jemand irgendwas vorhalten würde, nur weil ich mich öffne. Also das sind ja alles ganz normale nette Menschen. Ja, es ist ja eigentlich sogar so eine Echo-Kammer, die besonders nett ist, kann man eigentlich sagen. Ich meine, den Eindruck habe ich zumindest. Ich habe ja in den Streams auch gesehen, man ist ja da, weil man nett zueinander ist. Ja. Wem das jetzt widersprüchlich zum Stalker vorkommt, die allermeisten Menschen in ihrem Stream sind nett, so mein Eindruck. Aufmerksame Menschen, die ihr Fanpost schreiben und Geschenke machen. Äh, verletzt er dessen Privatsphäre. Wenn ich mit euch hier im Stream mir einen schönen Tag mache und wenn ich mit irgendwem privat was schreibe, dann darf ich das selber entscheiden, was ich demjenigen zukommen lasse und was nicht. Und wenn ich, niemand von euch hat das Recht, mir vorzuschreiben, was ich zu tun und was ich zu lassen habe im Stream und auch nicht, was ich preiszugeben habe, weil viele haben wirklich so diesen, diesen Gedanken so, der Streamer ist so das Tanzäffchen. Du machst jetzt, weil du eine 100-Euro-Done bekommen hast, gibst mir jetzt deine Adresse. Das gibt es leider auch den Fall, dass manche dann auch der Meinung sind, ah, ich hab jetzt so viel, ich bin jetzt so tief verankert im Stream und ich bin jetzt schon so und so lange Sub und, äh, du musst jetzt das und das für mich machen. Nee. Gar nicht. Du kannst auch gehen. Ganz einfach. Die, die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel so jemand wie Cushy, Cushy ist einer, der ist von Anfang an, seit ich mit dem Streaming angefangen habe, der kam recht frühzeitig, kam dazu. Bei Cushy ist das so ein Ding, den, 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 den kenne ich mittlerweile so gut, würde ich sagen, dass der auch meine Adresse kriegen könnte. Ich bin drei Monate Sub, schenk mir deine Seele. Nee, ihr lacht drüber, aber es ist eigentlich gar nicht witzig. Ich hab den Fall schon gehabt, dass Leute der Meinung waren, weil ich jetzt dann kein Apex mehr gezockt habe, so, äh, oder dass, dass sie auch mich unter Druck setzen mussten, äh, da hatten wir, da haben wir einen Spaß gemacht, den jeder verstanden hat und derjenige so, ja, du bekommst von mir keinen Sub mehr. Ja, dann tschüss, verpiss dich. Mir geht's auch um dich als Mensch und nicht nur um deinen Sub, aber wenn du der Meinung bist, nicht mit, mit, mit finanziellen Sachen, obwohl du weißt, dass es mir finanziell nicht so krass gut geht, oder dass ich jetzt nicht der, der Schwerverdiener bin, mich damit unter Druck setzen zu müssen, damit du das kriegst, was du willst, den Content, den du haben willst, dann, äh, tschüss, verpiss dich, geh wohin, wo du's kriegst. Ganz einfach. So, wenn, wenn ich mit euch hier sitze, rede, ich entscheide, was ich preisgebe und ich entscheide, wer mich besuchen darf oder mit wem, mit wem ich mich knuddel, wenn wir uns treffen oder wie auch immer. So, das, das möchte ich gerne selber entscheiden. Das haben wir auch schon bei der Thematik, wo uns die den, äh, hier, Kai Pflaume mit Monte angeguckt haben. Wo die Leute einfach Bilder von Monte gemacht haben, wo ich sag, ey Leute, fragt mich doch einfach. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich nein sage, ist sehr gering. Fragt mich einfach, weil dann kann ich mit euch einen Klönschnack halten, kann mit euch ein bisschen labern. Dann kann ich euch auch kennenlernen, da habt ihr mehr davon, als nur ein scheiß Bild vom Fiddle, falls der irgendwann mal, keine Ahnung, so ansatzweise so einen Marktwert wie Monte haben sollte oder wie sonst wer. Keine Ahnung. Aber, einfach, das Persönliche, das ist wichtig. Und nicht, dass du der Meinung bist, ich will jetzt den Fiddle besuchen und ich stell mich bei dem vor die Haustür und dann klingel ich und dann hat er runterzukommen. Weil ich bin ja jetzt schon zwölf Monate Sub oder 24 Monate, das ist mein gutes Recht. Nee. Dann mach ich nämlich von meinem Recht Gebrauch mich zu verteidigen und dann wird's wahrscheinlich sogar ein bisschen übertrieben, weil ich mich dann zu sehr verteidigen werde. So, nein, bitte nicht. Jemand will von dir Fotos? Ja. Ich will aber gar nicht knuddeln. Ja, siehst du. Aber gar kein Problem. Ich brauch mich nicht unbedingt mit Leuten umarmen. Hallo Tom, ein Wunderschön. Dann fällt mir ein Stein vom Balkon aus Versehen. Nee, da mach ich mir schon die Mühe, selber runterzugehen. Da bin ich dann persönlich. Hallo Joy, ein Wunderschön. Wie geht's dir? Auf der Gamescom ist das aber sicher auch komisch für manche Leute, sich dort zu zeigen. Fischi, für mich ist das alleine komisch. Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die mich unbedingt mal live sehen wollen. Weil ich das... Mann, ich bin schon manchmal verwundert, wenn ich mir so denke, da sind echt Leute, das wurde mir ja auch schon geschrieben, die halt extra sich einen Wecker stellen, damit sie früh so meinen Stream gucken können. Wo ich sage, Bruder, schlaf doch einfach aus. Ich streamer bis zwölf. So, du brauchst nicht wegen mir aufstehen. Oder wenn Leute mir schreiben, so, keine Ahnung, ich brauch deinen Stream jeden Tag. Teilweise gibt das natürlich auch Stress. Hatten wir gestern zum Thema Depressionen. Und andererseits ist das einfach schön. Und The Dentist, 303, danke für den Followern. So, und dann stelle ich mir das schon komisch vor, dass ich dann eines Tages vielleicht auf der Gamescom bei Ida zum Beispiel bei Live treffe und dann aber auch noch andere Leute. Also, dass dann nicht nur ein oder zwei, mit denen man sich wirklich verabredet hat, sondern dass man alleine der Gedanke, dass da halt wirklich bei der Communitygröße, die ich habe, dass dann, äh, das dann, keine Ahnung, auf einmal so doof gesagt vielleicht 50, 60 Leute, so, wer bin ich denn? Keine Ahnung, kann ich mir irgendwie nur schwerlich vorstellen. Aber würdest du Fotos mit Zuschauern machen, die dich nett fragen? Ja, natürlich. Ziemlich sicher, Tom. Aber es könnte genauso gut sein, dass ich, keine Ahnung, nach, äh, nach, äh, 16 Stunden Gamescom, einfach komplett, ich habe Kopfschmerzen, ich habe schlechte Laune, ich habe, ich konnte nicht richtig scheißen, weil die Klos überfüllt waren, ich habe nichts zu fressen gekriegt, äh, ich bin verschwitzt, meine Fans sind verschwitzt, die wollen alle ein Foto haben, wenn man sich umarmt und dann könnte es halt auch irgendwann sein, dass ich sage, boah, Dicker, reicht es nicht für heute, ich bin morgen auch noch wieder da, weißt du, das ist so. Aber ich möchte einfach, dass dieser persönliche Kontakt auch irgendwo ist, dass jemand nicht einfach kommt, sich neben mich stellt, ich mache mal ein Selfie mit dem Fiddle und dann so ein dämliches Foto von der Seite, wo man mich halt wirklich nur von der Seite sieht und dann so ein Bild gemacht, stattdessen, jo, Hallöchen, freut mich, dich kennst du ja, na, wie geht's dir? Schaust du regelmäßig? So, keine Ahnung, irgendwas, man kann doch mit jedem über irgendwas reden. So viele Menschen, wie hier zuschauen und so viele einzelne Geschichten, wie es gibt, natürlich kann ich nicht mit jedem über seinen ganzen Lebenslauf quatschen, aber es ist mir eine Freude, wenigstens ein, zwei Worte zu wechseln und, äh, keine Ahnung, vielleicht geht einem das ab einer gewissen Größe verloren, weiß ich nicht, aber, ähm, es gibt auch genug Superstars, was die genau das Gegenteil beweisen. Die halt sich dann doch schon zumindest einen kurzen Moment Zeit nehmen und dann nicht wie Arnie, hello, how are you? Yeah, you have a pretty strong arm. Yeah, und dann beim nächsten Jahr nur denselben Satz abziehen. Vielleicht ist man irgendwann so, ich weiß es nicht, weil ich da noch nicht angekommen bin, vielleicht auch nie ankommen werde. Aber bis dahin möchte ich, äh, mir gerne das behalten, dass man ein kleines bisschen diesen, diesen persönlichen Kontakt haben kann. Weil jeder trifft sie nicht zur Gamescom, und der muss erst mal ausschlafen. True. Also das mit Verschwitzen, wenig Essen und keine gescheiten Toiletten zum Scheißen ist der Standard auf Messen. Ja, eben. Also ist ja nicht so, dass ich das nicht kennen würde. Oder wenn ich mir, man braucht sich doch bloß, wenn man ein bisschen, äh, ein bisschen hinschaut. Ich hab mir das bei Gronkh damals mal angeguckt, wie er so ein Fantreffen gemacht hat, ne? Mit, mit Zäunen, reihenweise. Und er steht am Anfang oben auf dem Pult und alle jubeln. Und du siehst dann einfach nach ein paar Stunden, Dicker, der klebt, wie ne, wie ne, wie ne Venusfliegenfalle. Da drin wird halt nicht richtig, da kannst du nicht richtig lüften. Da sind so viele Menschen und alle so, ich lieb dich total und uff, und jeder will ein Drückerchen machen. Ähm, das hat, äh, und du siehst halt einfach, dann hat der eine Schweißfleck. Ist doch normal, Mann. Das ist doch nicht mal schlimm oder peinlich, aber es kann halt auch gut sein, dass es dir als Person, die da auch den ganzen Tag verbracht hat, irgendwann auch unangenehm ist. Und mit dem Ezekiel, der hatte das mal im Thema so öffentliche Verkehrsmittel, Menschen und Gerüche und so weiter. Ich bin da, ich bin da einfach nicht so, ah, viele Menschen auf einem Haufen, das, das, das löst etwas in mir aus. Das löst bei mir aus, ich möchte jetzt gerne wieder bei mir sein. In der Natur, so. Das ist ganz komisch. Weil denen die Fans wichtig sind und nicht nur als Mittel zum Zweck sehen. Und natürlich sind Fans eine Einnahmequelle. Keine Frage. Und natürlich ist jeder Sub, äh, ist, ist natürlich auch ein Geld wert. Aber, jeder Zuschauer ist auch ein Mensch, der da zuschaut. Das ist, das sind Menschen, die Bedürfnisse haben und wenn da jemand wirklich der Meinung ist und diesen wahnwitzigen Gedanken hat, ich möchte diesen Menschen mal treffen und möchte mit dem ein Foto haben, warum sollte ich den Menschen das verwehren? Warum? Es gibt für mich keinen Grund. Ich freue mich eher sogar drüber, dass ich, dass ich davon leben kann. Das ist ein unbezahlbares Buh. Äh, gut. Wäre aber bestimmt, ganz cool, mit 10, 20 Leuten aus der Fittigänge über die Messe zu laufen. Bestimmt. Ich kann es mir halt nur nicht vorstellen, Mann. Oder Keller daheim, Hauptsache weg von den vielen Menschen. Ja. Ich habe, wie gesagt, schon mit Einkaufen Probleme und das sind vielleicht 20, 30. Und auf einer Messe sind das 20, 30. 1000? Mehr? Ich habe keine Ahnung. Ja, kenne einen Musiker und ich war so nervös, dass ich nicht fragen konnte nach einem Autogramm. Neben mir stand eine Dame, die durchgehend um seine Aufmerksamkeit gebrüllt hat und laberte ihm durchgehend ein Kotelett ans Ohr und er hat mich trotzdem bemerkt. das war geil. Ja, weil jemand, der vielleicht noch nicht ganz so entrückt ist und ich glaube, das haben aber trotzdem auch noch viele von den Größeren, dass denen gerade das Persönliche viel wichtiger ist als dieses Ich will einfach nur ein Foto mit ihm machen. Weil ich bin ja, ich bin auch nicht nur Fiddle. Also ihr werdet mich nur so kennenlernen, natürlich. Aber ich bin trotzdem noch ein Mensch. Ich bin auch nicht nur der Mann in der Kamera. Wisst ihr? So sehe ich das bei mir und ich denke, bei anderen Leuten wird das auch sein. Die wollen nicht nur auf irgendwas reduziert werden, das ist nur der Streamer, sondern da ist ein Mensch dahinter. Da ist nicht nur das Gesicht, das sich in der Kamera bewegt, sondern da ist auch noch ein ganzer Körper dran mit Beinen und so. Wisst ihr? Ob es da ja nachher noch Valheim gibt? Vielleicht. Weiß ich noch nicht. Wir haben noch so viel interessanten Scheiß, den wir gucken müssen. Fiddle auf einer Messe. Ich wäre sofort dabei. Ja, wenn mal diese ganze Corona-Geschichte sich so ein bisschen eingepegelt hat und sowas wieder ist, dann gibt es vielleicht die Dreamhack oder Gamescom oder vielleicht eines Tages Twitchcon. Das wäre natürlich auch was, was man sich, also als Streamer muss man einfach mal daran teilgenommen haben. Lass mal am Triebwertstand abhängen und ein bisschen Energy pumpen. Jo, auf jeden Fall, Mann. Ketten, hast du auch manchmal den Gedanken, dass du dir selber denkst, naja, so richtig weiß ich auch nicht, warum die mir jetzt so die ganze Zeit zugucken oder hast du das gar nicht? Aber warum sollte sie das denken? Also natürlich musst du als Content Creator auch das hinterfragen, was du tust, macht man auch jeden Tag, aber sie hat doch Erfolg mit dem, was sie tut. Warum sollte sie, also wenn sie, wenn sie jetzt das anfängt, das so zu kritisieren, dann würde sie ja auch ihre Zuschauer kritisieren. Warum sollte sie das tun? Es funktioniert doch für sie. Und natürlich, man schafft sich als Streamer schon eine gewisse Bubble. Und ich lass ihr auch nicht zu, dass irgendwer mich großartig beleidigt. Ihr dürft eure Meinung haben. Aber das heißt nicht, dass ihr die bei mir im Chat haben dürft. Also, dass ihr reinschreiben dürft, ich find dich scheiße. So, das wird gelöscht. Und wenn du das mehrmals versuchst, dann wirst du gebannt. Weil dann ganz einfach, dann hast du bei mir im Stream nichts verloren. So, hä? Die Meinung dürft ihr haben, die werd ich euch nicht absprechen. Aber dann, äh, dann hier nicht. Hallo, Drake, ein Moin, 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 Moin. Ein wunderschön. Wie geht's dir, mein Bester? Also, es kommt natürlich trotzdem, Moment. Drake, danke für dein Follow, mein Bester. Ich weiß. Moment. Nee, alles gut. Es gibt natürlich immer mal wieder Momente in Spielen, die sich dann halt ein bisschen ziehen. Aber ich versuch dann halt trotzdem irgendwie darüber zu sprechen oder vielleicht auch während dem Spielen irgendein Thema anzuschlagen, wo die Zuschauer da mitreden können. Ja. So, dass es einfach diese langweiligen Pausen nicht gibt. Vielleicht verstehe ich den Kick am Stream besser, wenn ich selbst mit dir online gehe. Vielleicht aber auch durch Andi. Auch er war bei Twitch unter Vertrag. Fräulein Freitag ist das. Hat damit Geld verdient und ist gaming-süchtig. Er ist 16, lebt bei seiner Mutter. Ich bin voll am Zitter, ne? Gar nicht. Ich finde, du wirkst überhaupt nicht aufgeregt. Echt nicht. Echt nicht? Nee. Wer hat vorhin das mit der Jacke gesagt, dass sie unvorteilhaft aussieht? Sie hat eine komische Unterbauchform. Ich hoffe, sie hat nichts irgendwie, dass da was ist oder so. Also, mal abgesehen von Schwangerschaft, wenn sie denn schwanger sein möchte. Mir kommt es vor, als wenn sie eine Fassade aufzieht. Weiß ich nicht, Fishinata. Möchte ich ihr nicht unterstellen. Fühlt sich aber wirklich teilweise ein bisschen awkward an. Aber es kann auch sein, weil sie sehr seltsam ist. Einfach. Deswegen ist sie auch im Internet. Im Internet sind nur seltsame Menschen. Och, alte Damen. Er sagt, es sei besser geworden. Trotzdem hänge er um die 10 Stunden am Tag vorm PC. Ha! Anfänger. Ich will wissen, warum. Das frage ich mich auch, warum ich das mache. Das ist langweilig. Wirklich. Das ist einfach nur noch langweilig. Die Spiele sind langweilig. Und es gibt ja keine neuen Spiele. Und es ist ja langweilig. Lass mich raten, der hat Apex gezockt. Ich weiß nicht, warum ich es noch spiele. Hallo Smiley aka René. Richtig, ja. Klassisches Suchtverhalten also. Laut Fachverband Sucht sind über 3% der Jugendlichen von einer Computerspielsucht betroffen. Seit Juni 2018 ist Computerspielsucht von der WHO als psychische Krankheit anerkannt. Noch vor einem halben Jahr gab Andis Sucht den Takt an. Damals war der Schlaf, muss ich sagen, richtig krass. Also wirklich, das war dann ... Da sind wir aber wieder bei der Thematik, dass er ist 16. Das ist ein Alter super gefährlich. Super krass gefährlich. Gerade in so einem Alter ist auch dieser Einstieg, was Drogen und so weiter betrifft, sehr gefährlich, weil man sehr, sehr leicht beeinflussbar ist. Und dann so eine Gaming-Sucht zu entwickeln ist, glaube ich, gerade in so einem Alter. Also Alkoholsucht, Tabakabhängigkeit, Drogenabhängigkeit, Spielsucht, Sexsucht, das wird der Grundstein oder man kann da in diesem Alter muss man sehr aufpassen. Der ist 16, der ist dreimal so männlich wie ich. Cushy, weil er immer Testo pumpt. Zocken macht Testo dicker. 16 Uhr aufgestanden, 6 Uhr morgens schlafen gegangen, so ungefähr, ja. What? Ja. Und warum? Das hat sich einfach so ergeben. Das habe ich so oft probiert, wirklich, das ging nicht. Wenn man süchtig ist, ist man süchtig, Mäuse. Das ging einfach nicht. Zeig mir mal dein Klassenzimmer. Andi sagt über sicher, sei online süchtig. Das Problem dabei, dass es in unserer Welt kaum möglich ist, für immer offline zu gehen. Das langfristige Ziel kann also keine Abstinenz sein. Also man sieht schon, wo die Prioritäten liegen. Durch Corona findet jetzt sogar seine Schule digital statt. Für Andi, der weg vom Bildschirm will, frustrierend. Krass, okay. Wie teuer ist sowas? Also wie viel Geld das hier so investiert? Also alles wirklich? Ich weiß es nicht. Das habe ich halt durch Streaming bezahlt. Vorher hatte ich einen Monitor und einen alten PC. Über 500 Euro hat er pro Monat mit Twitch verdient, erzählt er. Sau viel Geld für einen damals 15-Jährigen, finde ich. Übrigens, die Schränke waren schon immer leer. Andi sagt, er habe sie sich nur angeschafft, weil sie einen coolen Background für seinen Stream abgeben. Dein längster Stream ging wie lange? 72 Stunden. 72 Stunden. Und was hast du da die ganze Zeit gemacht? Ja, das werde ich sonst auch immer machen. So lange könnte ich gar nicht streamen oder dass ich zwischendurch das Bedürfnis hätte, auf einer einschlägig bekannten Plattform für Erwachsene vorbeizugucken, um mir Erleichterung zu verschaffen. Nee, ich glaube, das Höchste, was ihr von mir jemals kriegen werdet, sind 24 Stunden. Hat er auch leere Bilderrahmen aufgehängt? Fischinator. Fischi. Die Bilderrahmen waren nicht leer. Da hat er aber einfach die Exemplarbilder drin gelassen. Mit der freundlichen Familie. So. Hallo, Sirfax. Wie lange sind denn, warte mal, 72 sind da quasi drei Tage, drei Nächte. Von Freitag bis Montag. Wow. Ja. Ich bin vom Stuhl gefallen. Bis vom Stuhl? Ja, das war peinlich. Ich bin... Äh, Cushy, Cushy, guck mal. Ich habe mir, ich habe mir Gitarre, ne? Ich habe mir die Gitarre, die Sense, also die Gitarre war so 1200 Euro. Die Sense war umsonst, der Bogen so um die 900 Euro. und die Hantelstange für knapp 250 plus die Gewichte, also so alles in allem, äh, 800, 900 Euro. Habe ich nur gekauft, dass das im Stream richtig gut aussieht. Deswegen habe ich auch Panzertape hier am Rand von meinem Bildschirm. Einfach nur, dass die Leute was zum Gucken haben. Gitarre ist auch leer. Ja. Ne, es sind sogar noch Seiten drauf. Äh, ich habe sogar, mein Background ist natürlich mit Absicht so gemacht, dass die Leute was zum Gucken haben. Natürlich, gar keine Frage. Aber, ich hatte die Schnauze voll davon, dass die Gitarre irgendwo in der Gitarrentasche einfach nur im scheiß Schrank ist. So gebe ich den Leuten was zum Gucken und man sieht mein Hobby. Außerdem, äh, so habe ich sie jetzt schon wesentlich häufiger in die Hand genommen als die letzten sechs Jahre. Komischerweise. Ich werde auch in der nächsten Zeit mir wieder Seiten bestellen, dass ich die dann wieder bespannen kann, die beiden nochmal neu bespannen kann, weil gerade bei der, bei der Ibanez, die Seiten sind ausgelutscht. Ich bin kein Mensch, der regelmäßig Seiten wechselt. Das kommt alle Jubeljahre mal vor, aber irgendwann sind dann auch die Seiten dann einfach nur dumpf. das ist, dann wird auch die wieder bespielt. Mein Mikro klebt mit Panzertape am Mikroarm. Auch nicht schlecht. Aber, gut, er hat Schränke gekauft, die nur für den Stream, ist auch in Ordnung. Jeden Monat Seiten wechseln, wenn man sich das leisten kann. Die LED flackert, das kommt leider nur über die Kamera so drüber. Das kommt immer auf die, und bin vom Stuhl gefallen. Auf die Blende an. Nee. Nicht 32, 31, mach mich nicht älter, als ich bin, ich sehe hier. Fast alle digital. Auch deshalb ist es schwer, vom Game loszukommen. Wir sprechen mit kritischer Masse, einem Ex-Moderator aus Andis Chat. Moderatoren machen ihre Arbeit freiwillig und löschen ungewollte Kommentare. Hierfür gibt es Richtlinien von Twitch und zusätzlich kann jeder Streamer seine eigenen Regeln machen. Das ist auch nicht ganz richtig. Es gibt auch bezahlte Mods, aber die meisten Mods machen das freiwillig, weil das feste Stützen der Community sind, die regelmäßig vorbeischauen. Ne, Cuschi? Einer von euch ist doch auch ein Mod, oder? Ja. Ach hier, kritische Masse. Andi erzählt mir, kritische Masse sei ein Moderator von Knossi. Knossi ist einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer. Wie viel Zeit hast du da so rein investiert? Also ich mache das jetzt so circa zwei Jahre. Und so täglich? Bei mir hängt nix zur Apex. Und wie alt bist du? Ich bin 14. 14. Ach wow, und du hast angefangen mit 12 Mods zu sein? Ja. Überprüfen kann ich das nicht. Weder, ob der, mit dem ich spreche, 14 ist, noch ob der Moderator bei Knossi ist. Was ich aber heftig finde, sind die Alterskontrollen bei Twitch. Für einen zwölfjährigen easy zu umgehen. Irgendwie gefällt mir die ja, ne? Eigentlich darf man erst ab 13 auf Twitch sein. Mit Andi hängt kritische Masse fast je... Wie sie ins Mikro schreiten, Internet ist Neuland für uns alle. Ja, okay. Ihr Outfit ist auch fag, man. Aber es ist... Also mir gefällt so optisch. Den Tag ab. Online, erzählt er mir. Wie sind wir gefasst? Wir sind halt jetzt Freunde zusammen. Er wurde gestern von Twitch gebannt, Bernie. Danke für die Info. Wahrscheinlich, weil er noch nicht alt genug war, richtig? Ja. Okay, aber ihr... Das heißt, ihr habt euch im echten Leben noch nie gesehen? Nein. Nee. Nein. Die meisten seiner Online-Freunde hat Andi noch nie getroffen. Ich frag mich, wie viel man dann überhaupt voneinander wissen kann. Und vor allem find ich schon irgendwie krass, dass der Mod von Knossi 12 ist. 14. 14. Äh, Wuhu, das lässt sich ganz einfach erklären. An der Leuchte kann ich jetzt nicht viel umstellen. Ich könnte, ähm, an der Kamera was einstellen, aber dann sind die Bewegungen nicht mehr flüssig. Weißt du? Ja. Das ist... Ich bin... Ich weiß es nicht, ob er das weiß. Aber ich schätze mal schon... Ja, er weiß es vielleicht nicht. Ja, ja, ja. Als ich Knossi anschreibe und nachfrage, bekomme ich folgende Antwort. Kritisch... Also, ähm, sie hat ein Gesicht für die, die unter euch, die, äh, die sich auskennen. Julie Sky High. Ist eine Belgierin. ...Massi heißt Robert, ist über 40 Jahre alt und im Besitz einer eigenen Firma. Sie wurden leider hinters Licht geführt. Herr Knossaller und kritische Masse sind in ständigem Kontakt. Daraufhin dementiert auch der 14-Jährige bei Knossi Moderator zu sein. Trotzdem ist der Discord-Account, mit dem wir gesprochen haben, mit dem kritische Masse-Account von Twitch verbunden, der bei Knossi Moderator ist. Das kann man hier bei Discord nachschauen. Hätte er mal die Fresse zu seinem Alter gehalten, oder? Hä? Deswegen gibt es, gibt es Twitch-Chats, in denen regelmäßig mit dem, mit dem Zaunpfahl gewunken wird. Du bist 18, richtig? Mann, Leute. Da sagt doch auch mal was dazu. Kann ich nicht. Du bist gerade in Valorant. Verstehe. Nee. Der Aufforderung, die Identität von Robert zu verifizieren, kommt das Knossi-Team nicht nach. Ich kann abschließend also nicht zweifelsfrei klären, ob der kritische Masse, mit dem ich hier spreche, 14 ist oder bei Knossi moderiert. Als Andi irgendwann seine Social-Media-Accounts löscht, wird seine Online-Community unruhig. Dann war ich drei, zwei, drei Tage einfach weg und auch gar nicht on. Und dann hat man gedacht, ich bin tot. Also wirklich, man hat gedacht, ich bin tot. Dann wurden so Dinge erfunden, wie ich würde Selbstmord begehen und deswegen hätte ich alles gelöscht und ich sei tot. Und dann wurden, sag ich mal, Streaming-Kollegen von mir angeschrieben und die nach Adresse und so gefragt, weil ich ja Selbstmord begehen würde. Dann wurde meine Mom angerufen von Leuten, die sich Sorgen gemacht haben. Was? Ja. Boah, wie... Das sind Auswüchse des Internets, Alter. Oh, Gott. Wie hast du da reagiert? Dann war ich, habe ich das mitgekommen. Kennt man den eigentlich? Ich habe das Gesicht noch nie gesehen, da er, der muss Fortnite-Spieler sein. Weil in der Altersgruppe Fortnite super muss. ist, also er hat auch Fortnite offen, ja. Er selber sagt mir, glaube ich, gerade gar nichts. Er sagt mir überhaupt nichts. Könnte sein, dass er Klicks ist. Also auf den ersten Blick sagt er mir nichts, aber ich habe ihn auch noch nie voll gesehen. Also wenn, dann kenne ich nur sein, also das Gesicht in der Cam. Also mir klingelt es einfach gerade nicht. War gerade bei meiner Oma und dann bin ich über Handy in den Discord gegangen. Hallo Bootscreen, moin moin. Und dann habe ich ja schon gesagt, dass ich lebe. Danke für deinen Sub heute früh. Irgendwo zwischen sorgende Community und sensationsgeile Arschlöcher, die ihm einen Suizid andichten. Ich kenne ihn, er war damals ein Fortnite-Pro mit 2000 Zuschauern. Weil das, ah, Bruder. Scheiße, ist ja wieder die falsche Tastatur. Mensch, ich bin auch was doof. So Fortnite. Bilder. Oh, nur ein Follow. Jeder Follow ist was wert, Mann. Dankeschön dafür. Natürlich zeigt er mir nichts an. Heißt, ist... Nee, das ist nicht Klicks. Okay. Kennt einer seinen Namen? Und dann habe ich meinen Twitch-Kanal gelöscht. Und was war das für ein Gefühl? Erlösend. Echt? Ja, wirklich. Sehr erlösend. Weil ich finde, ich hatte immer so einen Druck und diese Pflicht, diesen Streaming-Plan einzuhalten. Also, als Partner ist es schon wichtig, sagt Twitch, dass du dir ein Streaming... Also, dass du halt geregelte Streaming-Zeiten hast. Und das war halt immer so ein Druck, dass ich dann immer dann und dann zu der Uhrzeit da sein musste. Es gibt keinen extra Ansprechpartner für minderjährige Streamer. Man kann ab 13 Twitch Partner werden, also einen Namen erhalten. Dann müssen aber die Eltern einen Vertrag unterschreiben und übernehmen damit die ganze Verantwortung. Wie war der teuer? 20 Euro. 20 Euro? Das ist viel Geld, ne? Das ist schon viel Geld. Für was, was es gar nicht gibt. Twitch windet sich so aus der Verantwortung und macht möglich, dass Andi mit 15 72 Stunden streamt. Hätten ja die Eltern aufpassen müssen. Im Grunde verstößt ein solcher Stream aber gegen Kinderarbeitsgesetze. Nach denen hätte Andi mit 15 nur zwei Stunden täglich neben der Schule arbeiten dürfen und das nur zwischen 8 und 18 Uhr. Andis Mutter kommt nach Hause. Ich möchte ihre Perspektive hören. Wie ging es dir denn persönlich? Einfach in dieser ganzen... Ganz schlecht. Ich habe mir ganz viel die Schuld gegeben auch, dass ich versagt habe, dass es so weit gekommen ist. Dieses ganze Digitale, vor allem dieser Gegensatz von früher, war nur draußen. 20 Euro ist schon viel Geld, für was das es gar nicht gibt. Ich habe gestern erst ein Video gesehen über Crypto Art. Da hat Beeple 3,5 Millionen Dollar eingenommen durch Krypto-Kunst, Crypto Art. Aber 13 Jahre lang hat der jeden Tag mindestens ein Bild vollkommen kostenlos zu Creative Commons mäßig veröffentlicht und hat das zur Verfügung gestellt und hat jetzt nochmal welche verkauft. Das gibt es nur halt online, digital. Natürlich gibt es das. Oder draußen unternommen hat vielen. Ich konnte ihn gar nicht mehr ansprechen. Dann der Druck auch mit Schule. Dann du musst ins Bett. Ich immer... Du musst, du musst... Noch mehr Druck ausgeübt in dem Sinne. Da war echt ein Teufelskreis. Da möchte ich auch nicht wieder hin. Und ich würde... Hätte ich jetzt noch ein zweites... Das ist kleiner. Ich würde alles anders machen, weil ich erfahrener da, wie ich jetzt geworden bin. Wie gesagt, hinterher ist man immer schlauer. Andis Mutter war mit dem Internetgebrauch ihres Sohns überfordert. Sie erzählt mir, er sei zu Twitch-Zeiten häufig aggressiv gewesen. Es gibt Gesetze, die Kinder und Jugend... Twitch macht auch aggressiv, gar keine Frage. ...Jugendliche vor Tabak und Alkohol schützen und welche dies Eltern verbieten, ihre Kinder nachts alleine durch die Gegend laufen zu lassen. Äh, Schnee. Das ist der falsche... Das ist die falsche Herangehensweise. Kann seinen Traum leben, regt sich aber über fixe Arbeitszeiten auf. Wie macht er das in der Berufswelt? So kannst du nicht rangehen, mein Bester. Ähm... Der Junge ist, äh... Ist ja nicht umsonst süchtig geworden, sondern er ist dieser Sucht anheimgefallen, weil er... Äh... Weil er... Weil er sich... Weil er sich was gesucht hat, ein Ventil, um möglichst schnell ähm... Positiven Zuspruch, äh... Etc. Und sowas zu kriegen, ja. Und, äh... Wurde dann dadurch auch noch, äh... Bestärkt, dass das auf Twitch so gut lief. Jetzt ist es aber so, dass Twitch eben nicht nur immer Friede, Freude, Eierkuchen und Eitel Sonnenschein ist, sondern dass Twitch halt auch viel Arbeit bedeutet. Und sobald das dann mal nicht mehr kommt, äh... Sind Leute, die charakterlich noch nicht besonders gefestigt sind und das ist man mit 16 oder haben manche mit 16 eben noch nicht, dass, äh... Dass sie dann da verzagen. Wie viele 16-Jährige sind wirklich in der Lage, Verantwortung zu übernehmen und bewusst sich auch einen strukturierten Alltag zu schaffen. Und eben nicht zu sagen, boah, heute hab ich keinen Bock, morgen hab ich auch keinen Bock, morgen hab ich auch keinen Bock, ich zocke, wenn ich Bock hab, so. Du hast auch, ne... Natürlich eine Verantwortung, äh... deinen, deinen Zuschauern gegenüber und, äh... Wenn da, wenn das laufen soll, dann musst du halt auch deine, deine, deine Zeiten haben, dann musst du das regelmäßig machen. Das ist ein Job. Ist das als Partner wirklich so streng, äh... mit geregelten Streamzeiten? Wie meinst du, Splader? Absolut nicht. Ich kann streamen, wann ich Bock hab, aber es wäre absolut nicht, nicht förderlich, wenn ich heute um 6 Uhr anfange und am Montag fang ich erst um 12 Uhr an zu streamen und am Dienstag fang ich erst um 14 Uhr an zu streamen. Am Mittwoch streame ich gar nicht. Am Donnerstag auch nicht. Nächsten Freitag sag ich, ich fang um 7 Uhr an. Also schreibe ich dann, äh, über, über Instagram, ich fang um 7 Uhr an und fang dann erst um 12 Uhr an. Feste Zeiten sind schon wichtig fürs Streamen, na klar. Weil die Leute wissen, was auch immer sie gerade tun, ne Community baut sich ja auch darauf auf, dass, 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 dass die, dass die Leute wissen, ich mach den Rechner jetzt an und dann ist der Fidde da. Oder der Streamer, den ihr gerade gucken wollt. Viele von euch gucken Monte. Wann streamt Monte? Er streamt abends. Ungefähr ab dieser und dieser Uhrzeit. Das heißt, ihr werdet abends dann auch speziell danach suchen. Wiederkehrende Zuschauer. Natürlich ist das wichtig. Aber wenn du keine festen Zeiten hast als Streamer, nenn, nenn, nenn mir, nenn mir einen großen Streamer, der keine Zeiten hat, zu denen er streamt. Sondern der jeden Tag frei schnauze seine Zeiten sich so legt, wie er möchte. Nenn mir einen großen Streamer, der erfolgreich ist und, äh, streamt, wann immer er Bock hat und auch streamt, welches Spiel er gerade Bock hat. Weil es gibt schon so, so gewisse Genres, die man einhält, auch als Streamer. Ich bin zum Beispiel eher der, der, äh, ne, der Shooter-Spieler. Auch wenn wir jetzt gerade natürlich ein bisschen mehr auf Variety gehen, aber, ne, du kannst es dir halt selber aussuchen, wann du deine festen Zeiten legst. Richtig, natürlich. Du kannst, du, rein theoretisch kannst du streamen, du kannst es auch sein lassen. Wenn du nicht streamst, verdienst du halt auch kein Geld. Wenn du nicht streamst, dann gucken deine Leute entweder gar nicht oder gucken jemand anders zu. Du kannst dir keine Community aufbauen, wenn du nicht vernünftig streamst. Gerade auch, wenn du keine festen Zeiten hast. Ist auch mein Tipp an euch. Feste Zeiten. Es gibt keine magische Zeit. Wie oft ich schon gehört habe diesen Bullshit. Ja, du hast nur Erfolg, weil du früh streamst. Ach so. Das ist Quatsch. Das ist absoluter Quatsch. Ich hab, äh, ich hab das, was ich mir aufgebaut habe, dadurch erreicht, dass ich immer wieder war. Immer da bin. Die Leute wissen, irgendwann begreift es auch der dümmste, ah, der Fiddy ist von Montag bis Freitag auf jeden Fall da. Außer es kommt mal was dazwischen. So, und Montag, das geht los, früh ist um Sechse. Das wissen die Leute auch. Es gibt Leute, die stellen sich einen Wecker dafür. Es gibt Leute, die kommen von der Spätschicht. Boah, jetzt guck ich mir noch eine halbe Stunde einen Fidder an, dann geh ich in die Dusche, mach mein Kerkerchen, geh ins Bett. Gibt's alles. Die festen Zeiten sind's. Und nicht, mach Twitch auf, ach, der ist nicht da. Und irgendwann vergessen die Leute dich, wenn sie dich nicht regelmäßig sehen. Ist doch logisch. Ist doch ganz normal. Montag war doch auch nie in der Schule. Twitch ist 2021. Das, was die Armee früher war. Montag war in der Schule. So kann man das nicht, so kann man das nicht hinstellen. Aber die feste Zeiten sind schon wichtig und auch feste Streaming-Tage. Klar, keine Frage. Die Großen, denke ich, werden alle feste Zeiten haben. Eben. Weil die Zuschauer wiederkehren. Das ist wie, das ist dann schon wie TV-Programm oder wenn die, wenn die, äh, äh, wenn die Leute, keine Ahnung, wie bei einer Serie. Manche Leute warten, dass die nächste Folge der Serie kommt. Nächsten Freitag bei AMC die neue Folge von The Walking Dead. Und die Leute warten drauf. Die stellen sich einen Wecker dafür oder eine Uhr oder was auch immer. Gibt auch große, äh, erfolgreiche, die alles mögliche an Games spielen, quer durch alle Genres. Natürlich. Keine Frage. Keine Frage. Aber die werden trotzdem feste Zeiten haben oder streamen die so, wie es ihnen gerade passt. Achtet man auf die Namen als Streamer? Wie meinst du, Nurgi? Was meinst du? Na, ich glaube, ab 20 Uhr haben doch mehr Leute Zeit. Ja. Richtig. Aber, wiederum, Angu, abends ab 20 Uhr streamen auch ganz viele andere Leute. Es gibt, gibt, äh, gibt Millionen Leute, die der Meinung sind, dass ihr Stream, äh, geschaut werden sollte. Ich stream jetzt einfach selber. Ich gucke nicht zu. Ich bin kein Zuschauer. Ich bin Streamer. Und setzen sich hin. Und manche davon werden groß, manche nicht. Es ist zu jeder Tages- und Nachtzeit gibt es Publikum auf Twitch. Egal. Frühs, mittags, abends, nachts. Es ist ja auch wichtig, die Namen seiner Stammzuschauer zu wissen, oder? Das meine ich ungefähr. Äh, irgendwo, wo ich dann so, warte mal, die Person, die muss ich anders behandeln, weil der ist wichtiger, der hat jetzt schon so und so viele Watchtimes. Nö. Es gibt auch Leute, deren Namen ich noch kenne, die, die, äh, die schon gar nicht mehr hier sind. Genauso wie ich die Namen von einigen Leuten definitiv nicht kennen werde, weil sie nie in den Chat schreiben, aber wahrscheinlich schon den Stream seit Ewigkeiten verfolgen, aber eben Lurker sind und nie was schreiben. Was auch voll in Ordnung ist. Ich bin gestern früh ins Bett, um mich hier berieseln zu lassen. Danke, Sakur, das ist sehr lieb. Bei mir ist das auch Routine, wenn ich, äh, einen Schulblock habe, dich auf dem zweiten Bildschirm offen zu haben, einfach weil ich, äh, weiß, dass du dann live bist. Feste Zeiten. So, und der Junge ist 16, um wieder auf die Thematik zurückzukommen. Und der hat sowieso, er ist nicht umsonst süchtig geworden, sondern er, diese Struktur in seinem Leben, die fehlte ihm. Warum auch immer ihm diese Struktur fehlte, wahrscheinlich auch, weil seine Mutter natürlich irgendwo versagt hat. Das soll jetzt nicht negativ klingen, weil dieses Versagen, das kann uns allen passieren. Sie hat halt irgendwo mal die falsche Handbremse gezogen oder gar nicht gezogen, wo sie eine hätte ziehen sollen. Und dann ist ihr das entglitten. Und da hilft es dann auch nicht, einfach den Stecker zu ziehen. Weil Sucht ist halt superschwer zu bekämpfen. Ich bin einer von denen, die fast gar nicht schreiben. Aber du bist auch noch nicht so lange dabei, Toxic. Jetzt zwei Monate oder sowas vielleicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich dann ab und zu mal den Chat aufmache, da sind einfach Namen, die kenne ich. Die Namen habe ich schon ein paar Mal gelesen. Und die haben vielleicht noch ein, zwei Mal was im Chat geschrieben. Aber die schreiben einfach nicht. Versagt ist eher hart gesagt. Eventuell überfordert. Sie hat das Wort überfordert genommen. Aus erzieherischer Hinsicht hat sie versagt. Und das meine ich nicht negativ. Das ist meine Fresse. Wir alle machen Fehler und wir alle scheitern. Tagtäglich. Und das ist... Mein Gott. Ich mache ihr da keinen Vorwurf. Es ist halt schade, dass es passiert ist, so wie es passiert ist. Man kann auch natürlich überfordert sagen. Na klar. Es zählt für mich in diese selbe Richtung. Das ist eine Sache, da hatte sie einfach keine Kontrolle mehr drüber. Das ist ihr entglitten ab einem gewissen Zeitpunkt. Sie hat den Moment, wo sie hätte handeln können, den hat sie nicht gesehen. Den hätte ich vielleicht auch nicht gesehen. Den hättet ihr nicht gesehen. Das ist... Keine Ahnung. Sie hat ja auch ein Leben. Sie geht arbeiten und keine Ahnung was. Und denkt halt, es läuft alles gut und eines Tages stellt sie dann doch fest, das ist ja auch ein Prozess, der geht nicht so, sondern das ist über Jahre. Ähm... Ja. Shit happens. Moin King Keks, ein Wunderschön. Kennst du mich? Ja, ich kenn dich. 439. Und du bist auch erst hier seit Tarkov. Ungefähr seit zwei Wochen oder sowas, würde ich sagen. Mein Schlafrhythmus ist dank Minecraft gerade wieder zerstört, sonst würde ich häufiger zuschauen. Ai, ai, tribal. Das ist nicht gut. Ich brenne mich auch in deinem Hirn. Das liegt aber an meiner Art und Weise, mich in Gruppe an vorderster Front zu stellen und zu quatschen. Das ist auch in Ordnung. Mich interessiert tatsächlich der Gaming-Content hier null, aber ich mag die Community und für das Charaktergelaber und Einstellung. Auch gut. Obwohl der Gaming-Content erste Sahne ist, wenn wir mal richtige Shooter zocken. Außer du hast dich umbenannt, 439. Du folgst am 10. Januar 2020. Okay, dann ist es ein Monat ungefähr. Stimmt. Aber Cushy ist zum Beispiel auch so einer, der guckt mittlerweile gar nicht mehr wegen des Stockings zu. Damals noch mit Fortnite. Cushy, you know. Vor übermäßiger Bildschirmzeit werden sie gesetzlich aber nicht geschützt. Die Verantwortung bleibt allein bei den Eltern und den Jugendlichen selbst. Ich will wissen, was Andi sich für die zukommt. Hä, wie soll man denn das auch regulieren, Alter? Soll der Gesetzgeber jetzt für jedes, für jedes, das ist ein Jahr. Ach so, 20, Entschuldige, 2020. Stimmt, da habe ich mich total verblinzelt, Alter. Schon ein Jahr. Sorry. Soll jetzt, wie soll denn die Bildschirmzeit für Jugendliche geregelt werden? Wollen wir da jetzt auch eingreifen, ja? Uff. Und Leute, ich weiß, voll schlimm, aber ihr Ausschnitt, ne? Meine Güte. Das platzt mir aber fast ins Gesicht, ey. Und eigentlich ist da nichts besonders dran, aber irgendwie ist das fast schon in Szene gesetzt. gewünscht. Wegen Corona ist das nicht möglich. Ich würde gerne mit meiner Mama in den Urlaub fliegen. Ist aber schwierig. Aber das würde ich wirklich gerne, ja. Süß. Ich treffe Pia von Psychologeek und zeige ihr die Aufnahmen von Andi. Ich will von ihr wissen, wie sie es aus psychologischer Sicht bewertet, dass Andi spielt, obwohl er sagt, dass er gar keinen Bock mehr drauf hat. Also das ist halt ein Riesenmissverständnis, was die Süchte angeht, dass es da wirklich um geil finden geht, dass man das macht, weil man es halt geil findet. Man macht das, weil man es machen muss sozusagen, weil dieses Verlangen halt zu groß ist. Tatsächlich dieses Craving. Anonymous Sheera, vielen Dank für dein Bit. Das Dopamin in deinem Gehirn, was sozusagen sagt, hey, war geil, mach nochmal und dann irgendwann geht es halt nur noch wirklich darum, dass du dieses Dopamin-Level halt hältst. Gibt es überhaupt so einen starken Unterschied jetzt auch im Gehirn, sag ich mal, zwischen so einer stoffbezogenen Sucht und einer nicht stoffbezogenen Sucht? Ja, einer Verhaltenssucht. Nee, tatsächlich nicht. Sag mal, haben die da bei der netten Dame hier den angebissenen Apfel vielleicht verdeckt mit diesem Ding da? Gehirn, ja. Das ist alles Erziehungssache. Wenn Kinder anfangen, Drogen zu nehmen oder Nächte durchzocken, etc., ist das Ding der Eltern. Fakt. Teilweise. Teilweise, Ezekiel. Marco, vielen Dank für deine Zweibittis. Das ist teilweise auch mit Verantwortung der Eltern. Ich weiß aber zum Beispiel aus schon sehr privaten Erfahrungen, dass selbst bei der besten Ausbildung und bei der tollsten Familie und so weiter, dass trotzdem sowas passieren kann. Ab einem gewissen Alter hast du gar keinen Einfluss mehr als Elternteil. Gar keinen mehr. Wenn dann der Freundeskreis dementsprechend ist, kann das sein, dass alles, was du vorher geleistet hast, den Bach runter geht. Komplett für den Arsch. Du hast zwar recht, dass die elterliche Rolle bis zu einem gewissen Alter sehr, sehr wohl sehr dominant und sehr tragend ist, aber ab einem gewissen Alter, ich sag jetzt mal so 10, 11, 12 geht das los, dass die Freunde, dass die Clique, dass dieses Gefüge, der Mob in der Schule, da ist dann nämlich auch die Phase, wo dann viel Mobbing auch stattfindet, dass das extrem prägend ist und da kann so viel kaputt gehen. Also ich unterschreibe deine Aussage schon zum Teil, aber eben nicht vollwertig, weil auch Eltern können dann nicht mehr viel machen, wenn das Kind komplett entgleist, dann ist das, da kann man nicht mehr viel machen. Was willst du dann machen? Dein Kind einsperren, verprügeln? Das befördert das dann eher sogar noch. Ist kein Account, sondern privater Spender. Ich weiß, ich sag's trotzdem. Ich kann ja den Namen desjenigen nicht vorlesen. Ist mir schon klar, Marco. Ich lese es trotzdem so vor. Das Einzige, wo halt wirklich die Unterschiede sind, ist dann, wenn du einen Entzug machst zum Beispiel, dann hast du halt bei einer Alkoholsucht noch diese krassen körperlichen Entzugssymptome, die hast du jetzt bei einer Verhaltenssucht wahrscheinlich jetzt nicht so krass. Bei Vivi verliere ich meine Streamer-Jungfreudigkeit. Ich stelle fest, die kann keine gute Gamerin sein, die hat ja nicht mal LED im PC. Habt ihr das gesehen? Da leuchtet nix. Also, ne? Außer das Motherboard, das leuchtet. Und die Kraka, da leuchtet das Aorus-Symbol so ein bisschen. Aber der sieht eh komplett leer aus, der PC, ne? Ja, ich finde, da wird es eh nicht so krass. Ja, muss ja auch nicht krass sein. Nein, nein, aber wurde es nicht gesagt, dass es irgendwie gesponsert wurde? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So, und dafür finde ich es naja, nicht so krass. Also, wenn es jemandem gesponsert wird, so, keine Ahnung, ist es echt cool so und klar, ist nice. Aber dafür war es halt ein normales Setup, ne? Ganz ehrlich, was mich eher ankotzen würde, ist ihr kleiner Furz-Monitor für den Chat, Mann. Das ist doch, was ist das? 22 Zoll, wenn überhaupt, Alter. Das ist so ein Mini-Ding. Ich meine, klar, mein Chat ist kleiner als ihre, aber sie ist auch ein bisschen größer. Das heißt, ich hab schon die Überlegung, dass eines Tages mein Chat wandern muss, dass ich einfach mehr lesen kann. Aber, äh, okay. I got the brawler! Gent Rodini. Gent Rodini, danke für den Follow. Thank you so much for your follow, man. Und ehrlich gesagt, sieht es aus, als würde sie Streamlabs OBS benutzen. Verrückt. Wer sowas macht, ne? Der schmeißt auch keine in den zugefrorenen Teich. Ganz ehrlich. Rennen abeinander, ja. Streamer-Jungenfreudigkeit. Ich stelle fest, drinnen sitzen macht auf jeden Fall mehr Spaß als zugucken. Ne, ist OBS-Studio, okay. Das sah bloß so grünlich aus. Aber warum man sich das anguckt, verstehe ich trotzdem nicht so ganz. Hallo! Caro ist da. Ich bin die Caro, hi. Komm, bye, Kollektiv. Pixi, danke für den Follow. Das ist das, was dein Körper macht, wenn du zu viel gezockt hast. Was ich benutze, Streamlabs OBS. OBS-Studio, nicht Streamlabs OBS. Aber ich habe in der Tat für meinen YouTube-Stream, den eigentlich ich gemacht habe, da wird auch irgendwann noch mal ein bisschen mehr kommen, habe ich mir Streamlabs OBS installiert, damit ich nicht immer wechseln muss zwischen den einzelnen Programmen und so weiter, weil ich bei Streamlabs OBS eher für YouTube auch schon was eingestellt habe, was auch nicht so funktioniert hat, komischerweise. Aber ich habe beide Programme, aber nur OBS-Studio ist halt gut, Alter. Streamlabs OBS ist halt echt nicht so geil. Wieso kriegt die 333 Euro und ich nicht so, Baeda? Was ist das? Gute Frage, warum? Ist gut für Anfänger, ja, schnie und nein. Also, Streamlabs OBS ist super leicht einzustellen und pipapo, aber letzten Endes, es bietet dir wenig die Möglichkeit, wirklich weiterzukommen, deswegen gleich mit OBS-Studio anfangen und lieber einmal lernen und viele Stunden investieren und dann wissen, was man tut, anstatt man einfach so einen Easy-Customer-Cookie-Cutter-Scheiß macht. Dir fehlen Brüste? Oh, okay. Wer sich fragt, was hier los ist, ein User spendet Fräulein Freitag 333 Euro, schreibt dazu, oft braucht es 1000 Worte für was Einfaches. Darum mache ich es kurz. Danke für alles, Vivi. 414 User schauen zu. Umso länger wir hier sitzen, desto mehr frage ich mich, warum um alles in der Welt guckt sich das hier jemand freiwillig an? Aber bitte nicht negativ, Odins Kolben. Bitte nicht negativ. Please. Du kannst deine Zweifel äußern, aber bitte nicht ausfallen werden demgegenüber. Das ist nämlich dann auch gegen die Terms of Service. Fällt letzten Endes auch auf mich zurück. Muss ich moderieren, mein Bester. Klingt jetzt böse, ist aber nur ehrlich. Ich meine, ist ja schön, wenn das Leute feiern, aber ich check's nicht. Agnes, das ist so unfassbar, unfassbar großzügig. Ich verliere. Mein Gott. Warum? Nee, hab ich nicht, Marco. Dankeschön. 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 Du hast ja eine relativ große Geldsumme eigentlich bekommen, ne? Ja. Wie fühlt sich das an? Komplett unrealistisch und unwirklich. Meine Beine haben total gezittelt. Ich merke das dann auch immer, dass ich dann total anfange zu schwitzen, weil das irgendwie so Stress ist einfach. Wie sich das anfühlt. Man weiß einfach, dass man einen großen Teil davon an die Steuer abdrücken darf. Und man freut sich einfach. Es ist, also, wenn sie sagt, surreal, ja, kann ich so unterschreiben. Also, das tut mir natürlich dann leid für die Leute, die sich bei mir, wenn sowas kommt, so eine Reaktion erwarten. Das kann ich aber nicht, weil ich, ich, ähm, nicht derart emotional bin. Äh, oder 200 Zaps eben. Äh, das ist einfach. Ich kann da, ich kann da nicht so, so, für mich ist das, für mich ist das unverständlich. Ich könnte, ich kann so nicht reagieren. Ich, ich hab das einfach nicht, keine Ahnung. Ich bin ohne diese, diese Fähigkeit ausgeliefert worden. Ich kann so nicht, für mich wäre das eskalieren, dass ich so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will, ich werde ihr nicht unterstellen, dass sie das, dass sie das faked oder sonst was. Äh, ich, aber, ich, ich freue mich, und ich sag das dann auch. Also ich, ich kann da nur, kann da nur mich lachen, kann da aufstehen, mich verbeugen und sagen, so, danke, das ist total lieb, Leute, das ist einfach nur, es ist unbegreiflich, es ist unvorstellbar. Das ist einfach nur ein, äh, ein, ein gigantisches Geschenk, ja, das ist super wertvoll und dann muss man aber auch sagen, okay, jetzt haben wir schon viel zu lange drüber gelabert, lass uns weitermachen mit dem Stream. Lass uns das, das, wo du ja der Meinung bist, dass du so viel Geld ausgeben möchtest, lass uns das weitermachen, das auch was davon hat, weil es geht im Stream nicht nur um dich und deine Dono, sondern, wir machen den Stream so weiter, wie bisher. Und da ist er, I got the controller. YOLO, vielen, vielen Dank für deinen Resub im Tier 3, im bereits 20. Monat. Der YOLO ist auch schon ewig dabei, Alter. Moin, wie geht's dir, YOLO, wo wir gerade das Thema hatten, 20 Monate, Alter, das ist so, das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn, ey. Das ist einfach Wahnsinn, Bruder. Krank. Einfach nur krank. Ja, und Baida ist auch nicht mehr auf Platz 1, was die Sub sagt. Ist okay. Ach ja, findest du? Ja, ich weiß nicht, also, ich würde mir das ja an deiner Stelle nicht bieten lassen, aber... Ich rede ja trotzdem noch mit dir, auch wenn du nicht mehr so cool bist. Okay, Baida findet es nicht witzig. Hallo SummerSumSum. Das Video ist so schlimm, äh, also ich habe bis jetzt das Gefühl, dass man vielleicht auch andere Streamer hätte nehmen können. Ich weiß nicht. Aber gut. Ja, kannst du das noch genauer erklären, warum Stress so, also... Wie sagt man das am besten? Wie geht's dir, Yolo? Also... Ist einem das so ein bisschen, also, ich meine, der gibt dir das Geld ja freiwillig, aber ist einem das unangenehm ein bisschen? Ich würde nicht sagen unangenehm, aber... Kannst du dir vorstellen, du hast einen Lottoschein in der Hand und du schaust, keine Ahnung, Lotto oder so, und dann siehst du diese Nummern und es sind immer die gleichen und dann kriegt man ja auch dieses Adrenalin und alles. Ja, ja. Ähnlich fühlt sich das... Doch, es ist eine gewisse Form von unangenehm. Wenn jemand eine große Subs oder eine große Drohne raushaut, ist das einfach so, man freut sich drüber, man hat aber in gleichem Moment so, das ist krass, dass jemand echt von sich aus so, niemand ist dazu gezwungen, ja, dass jemand von sich aus so sagt, dass, äh, komm, das ist mir das, was du machst, einfach wert. Das ist in dem Moment so krass und verstellbar. So, weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Ist einfach, ist einfach krass, ist einfach krass und du hast aber trotzdem immer ein leicht schlechtes Gewissen irgendwie. Ist einfach, weiß nicht. Ich denke mir dann halt meistens, Bruder, warum macht das nur einer, warum machen nicht alle ein bisschen davon? Ich habe das Rechenbeispiel schon mal gegeben. Wenn du 150 Zuschauer hast und jeder davon ist Sub, rein theoretisch, das wäre ja schon geil, dann hast du 150 Subs. Wenn aber jeder einen Sub noch giften würde, hättest du schon 300 Subs. Das sind dann pro Monat 10 Euro, die das jeden Einzelnen kostet. Das ist eigentlich recht günstig und du als Streamer kommst schon ganz gut klar. Wenn jetzt, rein hypothetisch, jeder Subt und gibt 5 Gifte Subs, das sind 25 Euro plus die 5, die er selber zahlt, das sind 30 Euro im Monat, da gibt es Leute, die zahlen viel mehr für irgendwelchen Quatsch, den sie dann nur einmal benutzen und wegschmeißen pro Monat. Jetzt stellst du dir vor, 150 Leute und jeder haut 5 raus. Das wäre einfach nur Sirpex, Odins Kolben, vielen, vielen Dank für dein Gift der Zappern. Sirpex, haut mal ein bisschen Liebe raus. Und auch an den YOLO, der ist seit 20 Monaten, man, YOLO, Tier 3 halt. Absolut Wahnsinn. Vielen, vielen Dank, Odins Kolben. Aber jetzt mal, ich, das ist dann der Gedanke, den du so hast, so ein Einzelner geht halt so ein, so ein Riesenschritt und du denkst dir so, der kann nicht so viel. Sollen doch alle ein bisschen was machen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn alle ein bisschen was machen, dann ist für jeden Einzelnen diese Last viel geringer. Und wir haben einen Hypetrain. Aaron Blondie, vielen, vielen Dank für die Verlängerung deines Subs vom AP Hypnotics. Dankeschön. Vielen, vielen Dank, superlieb. Und Mr. Merch, danke für dein Follow. Superlieb. So, wir haben jetzt das Rechenbeispiel. Bei 150 Leuten, die 5 Gifte Zapps rauchen und selber subben, das sind dann 6 Subs im Monat, dann hast du einfach von 150 Leuten 900 Euro und jeder hat nur 30 Euro. Anstatt einer, der 500, 600, 700 Euro rausballert. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt... Und dieser Gedanke, den hat man dann so. Oh Mann, der Einzelne, bitte mach doch nicht so viel. Bruder, nicht, dass du nichts mehr zu fressen auf dem Tisch hast oder so. Mach doch nicht so... Weißt du? Die Community trägt den Streamer. Das ist dann so der Gedanke, den man hat. Man will nicht zu viel. Natürlich. Ey, wenn jetzt einer hier 5000 Euro reinhaut, natürlich freue ich mich drüber. Warum sollte ich auch nicht? 5000 Euro, die ich für irgendwas verbraten könnte. So, wie auch immer. In jedweder Form. Ich könnte mir, keine Ahnung, ich könnte mir Swift holen oder das Tablet plus den Vertrag zum Fahrrad fahren, um dann mit euch Just Chattings auch auf dem Rad zu machen. Sozusagen, dass ich dann nicht um 12 den Stream beende, sondern dass ich sage, so, morgen machen wir einfach einen ganz normalen Sportstream, der geht ein bisschen später los, dann fahre ich um 8 an, aber dann fahre ich mit euch halt eine Runde. Oder nach dem Stream die 2 Stunden 60 Kilometer fahren, irgendwie sowas. Wüsste Bescheid, ne? Das ist halt... Das ist einfach unvorstellbar, wenn solche Sachen passieren, so große Summen. Für manche ist es vielleicht normal. Für mich nicht. Und für die kleine Maus hier anscheinend auch nicht. So, als Beispiel. Ich spende einem Streamer im Monat 3,19 Euro für ein Glas Nutella. Plus Summen. Das ist schon wieder richtig geil. Krass. Lul, gerade eine 5,2 von einem Test zurückbekommen, wo ich nicht gelernt habe. Neues. Aaron Blondi. Vielen Dank, Mann. Oh mein Gott. Aaron. Oh mein Gott. Und Kuschi auch noch. Aaron Blondi, vielen, vielen Dank für deine 5-giften-Sub an Toasty Weeb, an Mushkode, an Exeter 787, an Anna Tanner, die war auch schon lange nicht mehr hier, und an Mr. Merch. Der ist halt nicht mal 5 Minuten Follower und kriegt einfach schon den Sub. Vielen, vielen Dank für deine 5-giften-Sub und der echte Kusch giftet einen Sub an Laurenz80. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, moin. Hau mal ein bisschen Liebe raus. Das ist super, super lieb. Dankeschön. Und nein, das war nicht gebatet. Na klar, Alter. Ich muss baiten. Äh, Marco. Ja, gucke ich mir vielleicht auch noch an. Äh. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich mach's mir sprachlos. Vielen, vielen Dank. Hau mal ein bisschen Liebe raus. Wer Sub ist, kann meine Emots verwenden. Wer nicht, sollte sich überlegen, dass er es doch vielleicht werden sollte. Oha. Schnee. Haut einfach auch 5-gifte-Subs hinterher. Vielen, vielen Dank für deine 5-gifte-Substern. Chris World, Nippon, Jakulive, Blackbeak666 und Bootscreen. Vielen, vielen Dank auch dafür. Schnee. Ihr seid absolut verrückt. Ihr habt absolut alle einen an der Waffe. Dankeschön dafür, Leute. Das ist super, 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 super lieb. Auch mal ein bisschen Liebe an Schnee, an Kush, Aaron Blondie, an Odins Kolben und Yolo Bär raus. Vielen, vielen Dank. Das ist super lieb, Leute. Das ist, äh, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist halt geil. Freu dich nochmal so. Ah, Odins Kolben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ich, ich bin so sprachlos. Was, oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ein Swift ist, äh, Swift ist eine Online-Plattform, auf der man sich anmelden kann und dann, äh, die dir praktisch die Möglichkeit bieten, dass du, wenn du so eine Art Home-Trainer hast oder eine, äh, eine Dynamo-Rolle für dein Fahrrad, dass du online Fahrrad fahren kannst. Also die haben richtig Karten, auf denen du rumrollern kannst. Es gibt richtig sogar Wettkämpfe. Also man kann richtig an, an, an Meisterschaften und sowas teilnehmen. Und bei mir ist halt die Überlegung, dass ich irgendwann, äh, wie er sich über den Kolben freuen kann, der Bootscreen hat's verstanden. Hahaha. Äh, dass ich irgendwann, äh, also das Ideal wäre, sich ein Tablet zu holen, dass man Chat richtig lesen kann, dann einen vernünftigen Handyvertrag, dass man auch da, wo recht wenig Empfang ist, äh, über LTE oder wie auch sonst was noch streamen kann. Kuschi, du bitte. Jetzt lass mich doch mal aussprechen, Mann. Kuschi, vielen Dank für deine 5 Gifted Subs an Alkoholiker, an Wusel, an Bergwerkzwerg, oder 1 Micha und, äh, Ab, Cheap Hop oder ABC Hip Hop. Vielen, vielen Dank dafür, für deine 5 Gifted Subs. Hau mal ein bisschen Liebe für den Kuschi raus. Dankeschön, Mann. Ihr seid verrückt. Ähm, so der Idealgedanke wäre, dass man, dass ich dann mit euch Just Chatting machen kann, während ich mich körperlich ein bisschen betätige, weil es nun mal ein Fakt ist, dass dadurch, dass ich mich dann hier im Stream, im Video-Editing und mit euch schreiben über Insta, YouTube, äh, TikTok, Twitter, also Twitter eher weniger, aber dass man sich da irgendwie komplett vergräbt, gar nicht mehr rausgeht und auch keinen Sport mehr macht. Ich hab das Sport-Rack hier. Wisst ihr, wenn ich das das letzte Mal genutzt hab, da hab ich, äh, die, äh, die, Kniebeuge für Subs gemacht. Das muss ich auch irgendwann wieder anfangen, natürlich. Aber man bewegt sich einfach viel zu wenig, weil man, wenn man einmal drin ist und so ein bisschen Workaholic ist, man geht da komplett drauf auf, Alter, da geht so viel Zeit drauf und ruckzuck ist es 20 Uhr und du stellst fest, ich hab eigentlich, seit ich aufgestanden bin, seit von 5 Uhr bis 20 Uhr am Rechner gesessen und hab gearbeitet in irgendeiner Form und, äh, und Level 5 Hype Train, ja, das ist, äh, what the fuck? Ja, easy, oder? Das ist aber Standard, oder? Vielen Dank dafür, Leute, das ist absolut krank, Level 5 Hype Train. Es, äh, ja, vielen Dank dafür. Hallöchen, ich bin eine von denen, die oft den Stream nachträglich schaut, habe leider dieselben Arbeitszeiten. Anna Tanner, das ist auch definitiv kein Vorwurf, ne? Also, ich mache niemandem mit dem Vorwurf, der meinen Stream nicht schaut oder, äh, reinschaut und sie sagt, möchte ich nicht. Ich mach nur jemandem mit dem Vorwurf, der reinkommt, du bist scheiße und, äh, ich hasse deinen Stream. Ja, dann geh, dann halt die Fresse und geh woanders hin, geh woanders gucken. Wenn dir was nicht gefällt, du musst es doch nicht unbedingt äußern, dann guckst du halt nicht mehr, ganz einfach. Also, gar kein Vorwurf, Anna Tanner. Und, äh, freut mich natürlich, wenn du dir meine Streams im Nachhinein anschauen kannst. Den von gestern, da wirst du nicht viel zu sehen bekommen, der wird ziemlich sicher fast alles gemutet sein, nehm ich jetzt mal an so. Immerhin ist der Hype Train diesmal da. Ja, ne? Wie vor zwei Tagen mit 200 Subs und, und, äh, über 300 Euro Dono und einfach kein Hype Train startet, Alter. Das war schon ganz schön frech irgendwie. Es gibt für den Hype Train Frosh Emotes, es lohnt sich. Ja, alle mal mitmachen hier beim Hype Train. Marco, vielen Dank für deine sieben Wittis. Äh, 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 ist schon, äh, Wahnsinn. Also, da geh ich vollkommen mit bei ihr. Wie gesagt, ihr könnt von, von ihr jetzt denken, was ihr wollt, ob das gekünstelt ist oder nicht, aber wenn sie sagt, das ist surreal, ja. Weil ich, bis, bis zum heutigen Tage ist es mir auch, wenn ich abends den Stream beende, ist es mir immer noch ein Rätsel, dass mir Leute zuschauen. Ganz ehrlich. Ich geh nicht davon aus, dass ich, äh, nur weil ich hier sitze und streame, dass mir überhaupt jemand zuguckt. Hab ich auch nie gedacht. Man ärgert sich natürlich, gerade wenn man sich, so wie ich in Apex, ne, ne echt große Community aufgebaut hat und dann auch dementsprechend Zahlen reinfährt, weil natürlich möchte ich gerne meinen Durchschnitt auch halten mit Zuschauern. Und wenn man da einen Teil verliert oder gerade auch, wenn Leute dann auf einen zukommen, du bist ein scheiß Penner, nur weil du meckerst immer nur rum, Apex ist perfekt, reiß dich einfach mal am Riemen und mach mal. Bruder, ich spiel dieses Game für 3000 Stunden seit, seit zwei Jahren. Ich hab zwei Monate, in den zwei Jahren hab ich das Game nicht gespielt. Wann, ab wann sprechen wir denn vom Durchhalten? So. Und, äh, dass da Leute kein Verständnis haben und dann noch flamen, anstatt zu sehen, okay, das ist nicht nur ein Streamer, sondern ein Mensch, der auch, äh, Emotionen hat und irgendwann auch mal sagen muss, okay, ich muss mich jetzt leider, auch aus, aus, äh, aus der Sicht für die Zukunft muss ich mich jetzt von diesem Spiel auch irgendwo distanzieren, weil ich sonst sehe, dass mein Stream auch den Bach runtergeht, weil ich möchte ja nicht nur schlechte Laune haben, wenn ich zocke, sondern ich möchte mit euch gemeinsam einen schönen Tag haben. Das ist ja mein, mein Hauptziel. Ich freu mich eher drüber, wenn mir jemand schreibt, yo, dein Stream heute war wieder richtig geil, das hat so Laune gemacht, macht immer wieder Spaß, dir zuzugucken, als dass mir jemand schreibt, boah, du warst heute in Apex aber auch irgendwie wieder total, keine Ahnung, wieder voll pisst unterwegs, wo ich dann sagen muss, ja, hast recht gehabt, ich war einfach, Können wir jetzt bitte jeden Tag voll machen? Äh, Kuschi, das liegt an euch. Will, wenn Fidder auf der Gamescom ist, auch mal eine Runde mit seinem Lambo fahren. Uff. Wie gesagt, ich werde mir dann einen Aufkleber von Lamborghini holen und den auf mein Fahrrad kleben, weil ich werde mir keinen Lambo kaufen, ziemlich sicher. Das wird nicht passieren, selbst wenn ich das Geld hätte. Danke, Marco, das ist sehr lieb. Ich kann das auch nachvollziehen, dass wenn jemand sagt, so, oh, du hast dein Content voll vollkommen geändert, so, äh, weiß nicht, das spricht mich weniger an. Das ist, das ist eine Kritik, mit der ich arbeiten kann, weil das eine berechtigte und, 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 äh, und absolut gerechtfertigt, ja, das ist eine Kritik, die ich verstehe. Here we go, money talk. Here comes the money. Money, 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 money. Oh, Lins Kolben, vielen, vielen Dank für deine 2,45 Euro. Das ISD, der aktuell Gegenwert von einer derteren Herbeckung Taschentücher, Problem gelöst. Es gibt auch Fahrräder von Lamborghini. Ah, perfekt bei ihr. Siehste, ich kann mir ein Fahrrad von einem Lampen kaufen. Haben die Rennräder oder sowas? Ich glaube schon, ja. Dann kann ich dir den Gefallen tun, Gushy. Zumindest, du brauchst verschiedene Modelle online. Nice. Das ist der aktuelle Gegenwert von einer 30er-Packung Taschentücher. Die ist schon verbraucht seit Streambeginn, du sympathischer Kerl. Herr Odins Kolben, ich gebe dir einen Tipp. Lappen, die kann man in die Waschmaschine stecken und auswaschen, wenn sie klebrig sind oder steif. Vielen Dank, Mann. Auch so, wenn wir noch beim Thema Surreal sind. Ich weiß noch, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe von der 51-Euro-Dono von der Quasers habe ich mir Nüsse gekauft. Da habe ich mir im Wert von 50 Euro habe ich mir ein Kilo, war das ein Kilo Cashews? Und zweieinhalb Kilo Mandeln gegönnt. Also die Leute, die schon ein bisschen länger dabei sind, die wissen das. Das ist fast auch schon wieder ein Jahr her. Ich liebe Cashews und ich liebe Mandeln und ich habe mir dann für die 50 Euro einfach Nüsse gekauft, Mann. Was gegönnt. Ich gönne mir, also seit ich streame, gönne ich mir fast kaum noch was. Also wenn, dann macht meine Kleine das. Die will auch morgen wieder bei unseren Schwiegerellis Essen holen. So. Wir bezahlen bei denen halt auch recht wenig, sind wir mal ehrlich. Wir kriegen ja Familien. Wir haben auch schon so oft umsonst gekriegt, weil man auch schon wieder ein schlechtes Gewissen hat. Aber es ist jeden, es ist super surreal, ja, es ist surreal, sich vorzustellen, dass man einen Raum schaffen kann im Internet für tolle Menschen. und dass sich dann auch noch tolle Menschen dort einfinden. Ob die ein Restaurant haben? Ja, Hotel und Restaurant. Super nennen die Menschen. Also, ich nenne sie Schwiegereltern. Es sind nicht unsere Schwiegereltern, aber wir sagen mittlerweile Mutti und Fadi zu denen. Das ist einfach so. Eigentlich sind es drei Leute. Das sind herzensgute Menschen. Und wir sind nur dazu gekommen, weil wir immer dran vorbei sind und er Vanilletabak raucht. Und Vanilletabak ist mir sympathisch und meine Kleine so, ja, die ist halt so, die will mir auch mal essen gehen. Ich bin da gar nicht dafür. Und dann sagte ich so, ja gut, aber wenn, dann gehen wir bei denen halt mal essen, weil der ist mir sympathisch, der raucht Vanilletabak in seiner Pfeife. Gibt es da Piratenschnitzel? Exakt, Cushy. Heute gibt es Schnitzel. Ach! Wo wir gerade beim Thema sind. Stimmt, es ist heute sogar. Heute 19 Uhr gibt es Essen. Also ja, es ist einfach, mach Werbung für die. Nein, einmal, weil wir räumlich zu dicht aufeinander sind, Wohnort und so. Und zum Zweiten, sie wollen gar nicht, dass man Werbung macht. Die wollen ein bisschen ihre Ruhe haben. Und das ist halt der Punkt, dass man diese Hallo-Wahler-Killer, einen wunderschönen, dass man im Internet einen Raum schaffen kann für tolle Menschen, teilweise auch für weniger tolle Menschen. Also es finden sich ja auch, sagen wir mal, Leute ein, die ich als Arschmaden bezeichnen würde. Auch die muss es geben, gar keine Frage. Und ich habe auch schon häufig aus irgendwelchen Diskussionen und so weiter mir auch was rausgezogen. Meistens natürlich nicht, leider, weil meistens ist es einfach nur, da will jemand haten und flamen. Aber teilweise kriegt man dann auch eine Response, wo man sagt, ja, derjenige hat schon recht und man erklärt den Leuten das dann auch und man hat dann, man sieht, dass jemand sich irgendwo distanziert. So, ja, ich habe da in den Stream geguckt und so und so und so und so und dann sage ich, schau mal, versuch das Ganze mal aus meiner Richtung zu sehen. Ich mache das jeden Tag und dann ist das und das und das und das. Dich fuckt es nicht ab, weil du nur zwei Stunden spielst am Tag, aber mich fuckt es ab. Ich habe das jeden Tag, den ganzen Tag. Und das Thema beschäftigt mich ja auch noch nach dem Stream, weil beim Videos schneiden sehe ich das wieder und dann sehe ich auch meine eigene Laune und dann zieht mich meine eigene Hackfresse runter, weil ich mir so denke, boah, Alter, hättest du was anderes gemacht in dem Moment, hättest du wahrscheinlich eher gelacht mit deinen Leuten. Here we go, Money Talk. Here comes the money. Aaron Blondie, Dankeschön. Money, 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 money. Oh mein Gott. Reich bestimmt auch für ein paar Müsse lassi, Direkteur schmecken. Oh Gott. Oh mein Gott, Aaron. Dankeschön. Oh Gott. Du bist so ein toller Mensch. Dankeschön für deine 25 Euro, Aaron. Dankeschön dafür. Für deine 25 Euro holt mal ein bisschen Liebe raus, Leute. Reicht bestimmt auch für ein paar Nüsse, lass sie dir schmecken. Ich muss aufpassen, weil ich den Scheiß so liebe und Nüsse haben sehr viel Fett und so weiter und sind sehr energiereich, das heißt, man kann mit Nüssen auch sehr gut zunehmen. Das ist halt. Okay, Kleenex sind leer, muss mir neue holen. Leute, wie gesagt, Lappen, den kann man in die Waschmaschine schmeißen. Das ist umweltfreundlicher. Das ist ein Tipp vom Profi. Vielen, vielen Dank, Aaron. Vielen, vielen Dank, Odins Kolm, Marco für die Bits, Kuschi für die Subs, Schnee für die Subs, der Kuschi für den Giftet, Aaron Blondi nochmal. An alle. Vielen, vielen Dank, Leute. Ihr seid super lieb. Dankeschön dafür, Mann. Ihr seid absolut verrückt. Geht auch Hand oder Socken? Ja, klar, je nachdem, also beim Handtuch ist natürlich die Benutzung ausgedehnt auf über ein halbes Jahr. Obwohl, ich glaube, gerade bei einem Handtuch, es sieht dann irgendwann auch einfach nur noch recht dreckig aus und wenn dann so ein steifes, also wie so ein steif gefrorenes, nee, das muss man nicht haben. Ich habe gehört, du spielst mit mir und Abnoba mal eine Runde Dead by Daylight. Das können wir auch mal machen, ja, das können wir auch mal ins Auge fassen, aber dafür musst du zu Zeiten online sein, zu denen ich online bin. Einfach wie Monte, ins 400 Euro Gucci-Shirt schniefen und onanieren. Äh, nee. Weißt du, warum das nicht passieren wird? Weil ich mir im Leben wahrscheinlich niemals für 400 Euro ein Gucci-Shirt kaufen werde. Weil wenn es um Klamotten geht, nicht, dass ich nicht, äh, eines Tages vielleicht auch dann wieder anfange, mir, äh, wertigere Klamotten oder Klamotten, die halt etwas teurer sind, zuzulegen, aber dann eher nicht für mich, sondern für meinen Kleinen zum Anstehen. Aber okay, ähm, ich bin, was Klamotten angeht, eigentlich sehr einfach gestrickt. BDU-Hosen, die passen mir am besten und, äh, da, da fange ich jetzt nicht an, dass ich, äh, ob irgendwann nur noch Jack-Wolf-Skin oder sowas kaufe oder nur noch bei Wellenstein einkaufen gehe oder, äh, also bei mir muss es auf jeden Fall die Outdoor-Jacke von Fjellraven sein und da kann es auch ruhig im Monat mal eine sein. Ich habe verschiedene Farben da zur Auswahl, also, äh, das, äh, nein, also, wer, wer, wer da günstiger kauft, das ist ja, äh, absoluter Schmutz. Also, da, ich möchte nicht zur Unterschicht gehören. So, nee, danke, das, das definitiv nicht. Nein. Ich dachte, du würdest das nicht zocken. Äh, Schnee, Dead by Daylight war mein erstes Online-Game. Das war mein erstes Spiel, das ich wirklich, äh, auch dauerhaft online gegen andere Leute gezockt habe. Vorher war ich der Offline-Gamer. So, der, 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 ähm, Kampagnespieler. Aus dem Weg, Geringverdiener. Genau dieses. Und ich bin Geringverdiener, ja. Zahl aber Steuern wie ein Großer. Monster Hunter World und so. Ja, 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 ja. Gut, aber mein, mein erstes richtiges Online-Game, das ich auch so ein bisschen kompetitiver gesehen habe, war Dead by Daylight in der Tat, ja. War mal ein tolles Spiel. So, wir gucken uns die, die Mausie noch weiter an, so. Ich hab sie ja komplett, äh. Im Discord trifft sich Fräulein Freitag nach ihren Streams meistens noch mit den treuesten Zuschauern. Das ist also die Community, die Fräulein Freitag meint, wenn sie über Online-Freunde spricht. Fast alles Männer über 30. Alles hässliche, verpickelte Nerds, die keine Ahnung vom Leben haben. Nee, das sind teilweise Selbstständige. Möchte ich wetten. Wollen wir wetten? Ihnen Arkadis, der großzügige Spender. Ist es einfach so, dass du deine, deine Ausdrücken willst, wie gerne du die Streams guckst. Und du freust dich, wenn sie sich freut. Oder will man vielleicht auch ein besonderer Zuschauer sein? Da ist jetzt mal meine Frage. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen, dass ich nach dem Stream noch einen Stream mache mit meinen treuesten Zuschauern. Hättet ihr da Bock drauf? Weil ich möchte auch so viele Männer, die mir zugucken. da hättet ihr Bock drauf? Ah, dann müsst ihr alle Cam anmachen. Dafür bezahle ich auch. Only Fans, das ist ja wieder was anderes. Ich bin da oben rechts. Na ja, nun komm. Ohne Cam, voila, ich bezahle auch. Voila, das macht 50 Euro, wenn einer nicht bezahlen will und ohne Cam macht. Mich hat keiner gefragt, ob das veröffentlicht werden darf. Nun, dann musst du dich an die Redaktion vom Y-Kollektiv wenden, Odins Kolben. Sind nicht nur Männer? Nein, sie hat gesagt, fast ausschließlich Männer. Da hat sie schon Bezug darauf genommen, dass auch eine Frau dabei ist, richtig. Du wärst sofort dabei, alles klar. Dann müssen wir das vielleicht in Zukunft mal einbinden, solche Geschichten. Wenn ich weiß, dass die Leute das wollen, dann können wir das gerne machen. Gar kein Thema. Ich bezahle auch 500 Euro. Ah, Timo, das geht dann schon wieder, also, ne? Aber klar, wenn du 500 Euro zahlen möchtest, ist das doch kein Problem. Alle dann aber nackt. Sirpax, das funktioniert leider nicht. So gerne ich das wollen würde, aber auch das Fehlverhalten auf anderen Plattformen kann zum Ausschluss bei Twitch führen. Das funktioniert nicht. Also wenn, dann ginge das nur über Onlyfans. Fangen wir direkt an damit heute. Nee, weil heute ein relativ langer Stream wird und ich danach dann essen möchte. Also ich werde nicht nach einem elf oder zwölf Stunden Stream mich noch hinsetzen und werde dann noch eine große Nachbesprechung machen. Vielleicht eines Tages, aber meistens bin ich dann, bin ich durch. Wieso nicht? Discord ist doch eigenständig. Das ist richtig Odins Kolben, aber in den Terms of Service steht es drin, dass du, dass du auch für das Fehlverhalten auf anderen Plattformen zur Rechenschaft gezogen werden kannst. In der Tat. Ob jemand schon die eine Million Kanalpunkte erreicht hat? Ich glaube, Baida und die Chalandra wären diejenigen, die da am ehesten dabei sind. Der Schleser müsste auch dabei sein. Aber Baida hat schon ein paar Mal geflext, also 100.000 Punkte einfach mal rausgeschmissen. Von daher, ne? Also ich glaube, ich wäre bei 650.000 wäre ich jetzt, glaube ich. Irgendwie so. Apollo auch schon, genau. Apollo ist auch, also wir haben ein paar Leute, die schon sehr weit sind zu der, zu der Million Kanalpunkte, aber das sind Leute, die entweder eh schon bei mir Mod sind oder die auf den VIP-Status eigentlich ganz schön scheißen. Das ist halt wirklich so. Was denkst du, wer von denen im Bild die 333 Euro gespendet hat? Dafür müsste ich meine Cam wegmachen. was ich denke. Wie viele kann ich denn auswählen? Chatterbait wäre noch eine Option. Ja, das ist so eine Plattform, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe. Drei dürfte ich mir aussuchen. Ähm. Okay, dann würde ich zwischen diese beiden hier sind für mich in der engeren Wahl und eigentlich er hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht vielleicht der, der wäre der Herr. Aber ich denke, das ist, ich denke, ich mache das zwischen, na hier unten sind ja auch nochmal welche. Hm. Obwohl er hier auch als guter Kandidat auftritt, der wäre der Herr. Okay, ich kann mich beim dritten nicht entscheiden. Ich würde es fast hier, der links in der Mitte, ich würde mich zwischen den hier, also die beiden, die beiden hier sind es dann. Hätte ich jetzt gesagt. Wir gucken einfach weiter. Also besonders will ich jetzt nicht sein, deswegen, ich mache das halt einfach gerne. Ich mag halt den, den Content, den Vivi macht, halt die Art und Weise, wie sie Spiele spielt, ne, ihre herzliche Art. Ja. Das macht es für mich halt besonders. Und ja, deswegen, das will ich halt gerne unterstützen, so gut ich das halt kann, ob ich das jetzt mache, indem ich hier... Aber du siehst es den Leuten halt auch nicht an. Geld spende oder halt Saps verschenke, das spielt für mich keine Rolle. Saps verschenke, das klingt schon eher, als wenn er aus dem sächsischen Raum käme, der Gute. Lange sie sich darüber freut und das sieht man jedes Mal, mache ich das halt von Herzen gerne. Manche der Leute, die wir hier sehen, gucken Vivi über 30 Stunden die Woche. Ich will wissen, warum. Warum denn nicht? Das klingt ja schon, als wenn man sich rechtfertigen müsste, dafür, dass man dem Streamer zuschaut. Das ist eher, finde ich, ich finde es eher schön, dass man als Einzelperson Leuten durch diese Nähe, die man auch bietet, je nachdem, wie weit man auch gehen möchte, dass man ihnen das anbietet. Dass Leute auch da was dran finden einfach, dass ihnen das lieber ist, als Fernsehen zu schauen oder Radio zu hören, weil Radio ist der immer wieder gleiche Dreck. Ich meine, ich wiederhole mich auch sehr häufig, klar. Ich kann halt auch nicht, das, was ich in meinem Leben erlebt habe, ich kann auch nicht was Neues dazu dichten oder sowas. Ich kann euch letzten Endes immer wieder nur die gleichen Geschichten erzählen, die mir passiert sind. Und ab und zu, wenn ein neues Thema kommt, dann kann ich auch mit was aufwarten, was ich da vielleicht schon erlebt habe. Ich frage mich, warum Leute in der Woche über 30 Stunden vorm TV sitzen und das Schrotz sehen. Genau das, YOLO. Genau dieses. Richtige White Nights. Nee, Spaß. Ich mag die Leute. Scheint korrekt zu sein. Ja, René, eigentlich, also, das muss, und wenn sie halt White Nights sind, das sind ihre White Nights, ist in Ordnung. Solange sie mit ihrer Online-Präsenz mich zum Beispiel nicht einschränkt oder mir irgendwelchen Schaden zufügt oder irgendwas, ist das voll in Ordnung. Wenn die sich in ihrer kleinen Bubble befinden und die, dann machen die Jungs, was die Jungs machen oder Mädels oder wie auch immer. Ist doch schön. Man könnte auch Sims sagen. So, aber warum? Es ist nichts Negatives dabei. Solange keiner von denen, äh, keine Ahnung, wenn er jetzt sagen würde, ja, ich hab eh nur die 300 Euro im Monat, also hau ich die raus für die Kleine. So, dann würde ich sagen, Bruder, dann hau doch nicht alles raus, was du hast, an die, an die, an die Mausi raus. Vielleicht nur die Hälfte. Jeder entscheidet selber, was er macht mit dem, was er hat. Und wenn einer von denen Millionär ist und sagt, weißt du was, die Kleine, die ist mir so, die ist mir so sympathisch und die macht meinen Tag schöner und, äh, die, die kriegt von mir, äh, im Monat eine Million Gespende aboliert, dann ist das halt so. Was sind White Knights? Äh, weiße Ritter in schimmernder Rüstung. Das sind, das sind die ersten, die sich, äh, wenn jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt hingehen würde, ah, die ist doch nur fake und so weiter, die sich sofort in die Bresche schmeißen würden, um sie zu verteidigen. Die alles, was sie tut, äh, verteidigen, um ihr, äh, willfährig zu sein, irgendwie zu gefallen, weißt du? Das würde ich den Jungs gar nicht mal vorwerfen. So, ich, ich kann sie auch, ich kenn sie persönlich nicht, ich kann sie nicht einschätzen. Es kommt halt seltsam rüber, aber ich kenn halt ihre Art nicht. Ich kann nicht in sie reinschauen. Ich weiß nicht, wie sie empfindet. Das könnte ich nur feststellen, indem ich mir wirklich die Zeit nehme, mir ihren Stream anzuschauen oder sie auch über den Stream hinaus kennenzulernen. Insta, Twitter, diese ganzen Plattformen, alles. Dass man wirklich diesen, diesen Gesamteindruck sammeln kann. Ist das vielleicht nur eine Kunstfigur? Oder ist sie halt wirklich eher so? Und selbst dann kennt man jemanden natürlich noch nicht richtig, ne? Also da müsste man den privaten Kontakt. Aber glaubst du nicht, dass viele von denen sich dann die Hoffnung machen, die mal zu böllern? Odin, es ist mir scheißegal, ob die die Hoffnung haben. Das ist mir komplett egal. Kannst du das Spiels auch umdrehen. Bei den weiblichen Damen, also bei den weiblichen Fans oder wie auch immer, bei den weiblichen Zuschauern hier im Stream. Und ich hab schon mal festgestellt, dass ich sogar für einen Twitch-Stream überproportional viele weibliche Zuschauer habe. Dass von denen nicht auch die eine oder andere vielleicht das Gefühl hat, dass sie mich mal gerne böllern wollen würde oder von mir geböllert werden möchte. I don't fucking care. Also für mich ist es natürlich ein Kompliment, wenn jemand der Meinung ist und das wurde ja auch schon bekundet, dass jemand das möchte. Dann für mich ist das, klar ist schön, solange diejenige natürlich eben nicht das Stalken anfängt und eines Tages der Meinung ist, bei mir vor der Haustür zu stehen oder bei meiner Kleinen die Reifen zu zerstechen, damit sie mehr Zeit mit mir verbringen hat oder sowas. Das ist doch... Hey, ist doch voll in Ordnung. Ich mein, du schaust dir ja auch Erwachsenenfilme an, weil du die jeweilige Dame wahrscheinlich ganz gerne mal böllern würdest. Hey, wenn einer diese Gefühle hat, dann ist das doch schön. Solange er das nicht übertreibt und solange das im Rahmen stattfindet, dass beide mit dem, was passiert, zwischen den beiden auch einvernehmlich stattfindet. Das heißt, wenn sie sich eines Tages von einem dieser Jungs böllern lässt und das freiwillig stattfindet, ist das von in Ordnung. Wenn er versucht, sich auf sie raufzupressen, also auch emotional, ja, und versucht, ihr seinen Stempel raufzudrücken und sie will das nicht, dann ist es nicht mehr in Ordnung. Ganz klar. Ja, Kuscht, bei dir weiß ich das sowieso. Du wirst auch eines Tages von mir geböllert. Der Stift ist schon... Der ist schon... Der ist schon... Die Kappe ist schon ab, mein Bester. Ich sehe sowas auch als Kompliment. Ja, natürlich. Aber es muss halt in einem gewissen Rahmen bleiben. Also, in dem Moment, wo dann natürlich angefangen wird, dass derjenige, dass der Geliebte belästigt wird, dann muss man ganz klar sagen, okay, dann gehört derjenige vielleicht auch raus aus der Community, falls er seine Triebe nicht zügeln kann. Und, äh, es gibt natürlich auch einige Damen, die genau das dann, äh, also Männer natürlich auch, die genau das dann bedienen und das Ganze befeuern und, äh, daraus natürlich mehr Kapital schlagen wollen. Aber das ist auch eine Entscheidung, die jeder für sich selber macht. Ne? Also, kann sein. Aber, äh, es wäre, guck mal, es wäre einfach schlichtweg mega ungerecht und das wäre ein, ein Armutszeugnis, wenn jetzt hier irgendeiner von uns sich hinstellt und sagt, der will die unbedingt böllern. Oder irgendeiner von die, von denen will die unbedingt böllern. Kannst du nicht wissen. Ich kann nicht in seinen, 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 äh, in ihren Kopf, in den Kopf von dem hier, in ihren kann ich nicht reinschauen, in seinen auch nicht, da nicht, da nicht, da nicht, da nicht und bei ihr auch nicht. Ich hätte bei ihm, warum ich bei ihm gedacht hätte, dass er der Donator ist, weil er einfach so einen, so einen, äh, mega lieben und treuen Blick drauf hat, wo ich mir so denke, das ist so ein, so ein, so ein, äh, eher schon so Kuschelbärtyp, dem traue ich das irgendwie zu, dass er sich sagt so, weiß nicht. Ich würde die alle gerne mal böllern. Gut, Odins Kolben, dann müssen wir mal, äh, oder dann müsstest du die Fräulein Freitag anschreiben und, äh, mit diesem Screenshot und müsstest, äh, müsstest ihr deutlich machen, äh, wie, wie sehr du darin interessiert bist, in ihrer Community auch, äh, sehr aktiv teilzunehmen, äh, ne, dann lässt sich da bestimmt was machen, Gruppen böllern, genau, dieses, he, 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 ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, also, ich drücke dir da auch die Daumen, dass das klappt und dass auch diese ganze Corona-Thematik sich dann schnellstmöglichst wieder erledigt hat, weil so lange geht das ja natürlich nicht, ne? Also, also, ich mag bei Vivi vor allem, dass sie die Spiele nicht allzu, äh, ernsthaft und verkrampft angeht, so wie ich, und, ähm, das finde ich unglaublich angenehm, wie sie halt die ganze Umwelt beim Zocken überhaupt wahrnimmt, und, ja, das ist einfach der Grunde, warum ich, äh, in sie gucke. Und es hat ihm am meisten bei mir ziemlich sehr viel geholfen. Schäfer-Stündchen sind erlaubt, äh, ja, YOLO, aber jetzt frag doch mal bei, bei, äh, bei Swinger-Clubs und so weiter nach, also, da, da, es geht hier um, um eine Ansammlung von Menschen, nicht von zwei, sondern wir gehen hier von 20 oder mehr. Das ist das Problem, mein Bester. Ich weiß auch nicht, ob ich der erste Streamer sein möchte, der dafür bekannt wird, dass seine Community in Gruppen böllern veranstaltet, Mann. Wäre aber auch, keine Ahnung, so ein First-Timer zu sein, ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Mieser Tag war, mies gelaufen war, und was Schlimmes passiert war. Und die Vivi hat mir viel geholfen, und deswegen... Guck, der hat die, der hat die nämlich richtig lieb, vom Blick her. Sehr dankbar, alles. Vom Blick her, der hat die einfach richtig lieb. Deswegen hab ich mir gedacht, der, der würde, der wäre, der wäre auf jeden Fall dabei. So, und das, was er gerade gesagt hat, ne? Ich hatte einen schlimmen Tag, und der Stream von ihr hat meinen Tag besser gemacht. Ist einfach, keine Ahnung, wenn man so, so was zu lesen bekommt, freut man sich einfach drüber, weil das ist teilweise, emotional gesehen, ist das mehr Bestätigung, als wenn du, keine Ahnung, eine 500-Euro-Drohne kriegst. so, das ist einfach dieses, wenn du, wenn du von jemandem, derjenige zieht sich ja dann praktisch auch ein bisschen aus vor dir, der macht sich ja so ein bisschen nackig mit seinen Emotionen, weil er einfach auf dich zukommt und sagt, ey, du machst einfach meinen Tag schön. So, das, das ist, keine Ahnung, wenn man, das ist ein Vertrauen, das man entgegengebracht bekommt, so, das, da kommt jemand auf dich zu und, und, äh, keine Ahnung, der, der, der zeigt sich dir empfindlich gegenüber, ne? Und das ist, das ist einfach richtiger Süße, ja, ne, richtiger, richtiger Knuffi einfach, das ist so einer, da hast du einfach so, ach komm, drückerchen ist drin. Ne, das ist einfach, das ist, ähm, klar, also, nicht falsch verstehen, die Donations und die Subs, das ist, das ist gigantisch, das ist unbeschreiblich, aber einfach diese, das Persönliche macht es dann letzten Endes doch noch aus. Das ist halt, äh, krass, kein Scheiß, du willst darauf jetzt auch nicht zu nahe eingehen, aber deine Streams haben ja auch schon sehr oft schlechte Tage für Süß, das freut mich, Alter, das ist, äh, ja, das ist gut. Meine Nachrichten sind übrigens nicht böse gemeint, sollten sie so rüberkommen, würde ich im Discord die Cam anmachen, würde es bei mir nicht anders aussehen als bei ihm. Äh, Smiley, deine Nachrichten, äh, ich geh mal davon aus, da auch aufgrund dadurch, dass du, äh, dass du dich jetzt rechtfertigst, du bist auch schon aus einigen Streams rausgeflogen, oder? Weil ich einfach ganz genau weiß, das, was du bisher heute geschrieben hast, sag mal, die, die Zeitpunkte und wie du dich ausgedrückt hast, dass auf jeden Fall nicht nur ich, sondern auch der ein oder andere Mod drauf geguckt hat, was kommt als nächstes von ihm? Es ist, äh, das ist das, das der, mit dem geschriebenen Wort und wie man es verstehen kann, das ist der einzige Nachteil an Twitch, Chat lesen, ähm, manchmal kommt das geschriebene Wort einfach sehr anders rüber, und man, also meistens weiß man als Streamer oder auch als Mod die Intention desjenigen, aber manchmal kommt man halt, ne, dann ist man auf dem absolut falschen Dampfer. Seit ich deinen Kanal kenne, ist mein Homeoffice-Alltag bunter, das freut mich, Sugar Pancake, das freut mich. Und das ist, äh, das ist, muss ich sagen, als Streamer ist es eine absolute Wohltat, wenn man das auch von seinen Zuschauern gesagt bekommt. Wenn dann jemand als Zuschauer, äh, da gehört ja schon auch irgendwo was dazu, sagt man sich, wenn derjenige, wie soll, ähm, in, das muss ich über Umwege beschreiben, im, äh, im Allgäuerischen gibt es einen Spruch, ich schumpfe, ich globe nur. Also wenn man nicht schimpft, dann ist das schon Lob genug. Und so tickt auch ein bisschen der Deutsche. Der Deutsche bedankt sich eher weniger gern, aber im, im, äh, im Kritik äußern ist er schnell. Und wir alle haben so, so ein bisschen dieses, dass wir, dass, dass Danke sagen teilweise ein bisschen zu schwer fällt, oder dass man, dass, man vergisst das einfach auch teilweise. Gerade guten Content, den nimmt man und, oh, jetzt, der hat mir jetzt echt den Tag versüßt, aber man, man, man denkt dann einfach in dem Moment nicht dran, so, ja, einfach mal Danke dafür zu sagen. Und wenn dann jemand sich die Mühe macht und das wirklich auch in Worte fasst und dann so, vielleicht auch noch einen größeren Text dazu schreibt, so, dann, äh, ist halt, ja, das ist halt, äh, weiß nicht, das ist halt, das ist was wert, weil man sich dann denkt, okay, dann hast du den Menschen wirklich berührt, so, das ist, das ist geil. Ja, schon öfter mal, das Problem habe ich, äh, das Problem ist, ich habe einen sehr sarkastischen und trollenden Humor und bin auch keinem Böse, wenn er mich mal timeoutet. Ich kann schon verstehen, dass so etwas Böses rüberkommen könnte. Ja, äh, Smiley, deswegen mein Tipp, mehr Emotes verwenden an den Sätzen, weil das entschärft vieles. Dafür sind die Emotes da auf Twitch, das ist halt so. Ja. Nutze sie. Also, die Emotes sind die, sind dein, dein bestes Mittel zur Verteidigung, wenn du einfach weißt, dass du einen Text verfasst, der gerade auch in der Situation irgendwas auslösen könnte, mach einen Kappa oder sowas dahinter. Ein Kappa rettet nicht alles, aber extrem viel. Hier sind schon einige Schiffe untergegangen, die sich mit einem Kappa hätten retten können, ganz ehrlich. Oder die, die Entbannungsanträge kamen, war doch nur ein Scherz. Also, ich habe auch schon Leute entbannt, klar, kommt auch vor. Aber, äh, nutzt die Emotes, ihr habt sie. Gerade wenn auch Subs sind, äh, ihr könnt mit den Emotes so viel machen. Ne? Gott, wie schlimm bin ich dann? Odin, auf dir sind auch die Augen, weiß ich. Ich kenne meine Mods. Ich kenne meine Mods. Ich weiß einfach, dass bei bestimmten Sachen, wenn jemand irgendwas Bestimmtes reinschreibt und gerade dann auch, sagen wir mal, mit Odins Kolben, ne? Wenn, alleine schon Odin. Das ist halt so, wir sind, gerade weil wir Deutsche sind, sind wir gebranntmarkt. Odin, aha, sofort die Verknüpfung, Nazis, rechts, musst du aufpassen. Ne? Der Stereotyp, erstmal aufpassen. Aber, da erzählt wieder das, was ich heute schon mal gesagt habe, man holt diesen, dieses Rezept für den Stereotyp, holt man erstmal aus der Schublade, packt es auf den Tisch. Jetzt ist es bei mir im Stream nur so, dass ich nicht alleine nur hingucke. Da sind noch ein paar mehr Augenpaare drauf gerichtet. Und ich kriege auch oft genug von meinen Mods, also gerade Nexus oder Schlesi, die schreiben mir sehr, sehr häufig. Und auch bei Ida hat das auch schon ein paar Mal gemacht. Schrei mir dann im Discord, ich habe gerade ein Auge auf den Typen, so nach dem Motto. Ist dann so, weiß ich. So, und dann hat man diesen, diesen, diesen Vorgedanken, den man hat. Aber, äh, dann liegt es natürlich an dir selber. Als, als, äh, als Streamer. Und natürlich, bei dir als Zuschauer, ob du dieses Bild verstärkst und derjenige dann sagt, alles klar, dieses, das Rezept füllt sich langsam. Diese und diese Zutaten sind schon gegeben. Oder ob, äh, ne, ich, ich gucke genau hin und schaue. Ah, okay, der schreibt so und so. Also, ich verstehe schon, da ist ein trolliger Humor. Das habe ich beim, beim René, habe ich das schon gemerkt, so. Äh, da, da fehlen zwar die Emotes, aber man weiß ungefähr, wo es hingeht. Also, man guckt schon. Man liegt nicht immer richtig. Definitiv nicht. Ich liege oft genug falsch, aber ich liege trotzdem sehr oft richtig. Und, dann sagt man irgendwann, ah, okay, Odins Kolben, der, ja, wahrscheinlich hat er ne, hat er schon so ein bisschen, ein bisschen nordaffin, so die Richtung, aber, ne, und dann, äh, kommt man so, ah, okay, der ist ein bisschen trollig, ein bisschen sarkastisch. Der ist schon provozierend, aber es geht ihm nicht darum, den Streamer abzufacken, sondern allgemein, so ein bisschen on edge zu sein. Das ist schon in Ordnung. Odins Kolben, danke für dein Gifted Sub an Smiley aka Rene, dankeschön dafür. Und, äh, Odins Kolben, Gifted A Tier 1, Sub 2 Smiley, Lichten-Aka, Lichten-Rene, they have given 2 Gift Subs in the channel. Gift Subs in the channel. Und, äh, dann liegt man, hoffe ich, meistens richtig, dass man denjenigen in die richtige Schublade stecken kann. Weil wir alle denken in Schubladen. Jeder. Nur, man muss die Leute in die richtigen Schubladen stecken können. Und eine Schublade, in der, glaube ich, hier im Stream eigentlich keiner landen möchte, ist die Bannschublade. Also, keine Ahnung. Man kann ja mittlerweile Entbannungsanträge stellen, auch auf Twitch direkt, aber, ja. Jetzt bist du Sub schon mal sympathischer als vorher. Obwohl das, so wie Kushi das schreibt, er meint das natürlich witzig, aber es stimmt auch. Jemand, der als Sub auftritt, zeigt einfach von vornherein, auch wenn es nur 5 Euro sind, 5 Euro sind wertvoll, gar keine Frage, jeder Sub ist wertvoll. Und manche Leute haben nicht mal 5 Euro und die sollen auch gerne den Content kostenlos genießen können, natürlich. Aber jemand, der sagt, weißt du was, ähm, ich unterstütze dich, geldwertmäßig, dann, das ist schon mal ein anderes Zeichen. Natürlich gibt es auch Leute, die sich sagen, ey, du, mir ist das auch 5 Euro wert, dass ich dir im Streamer mal richtig schön eine vor die Haustür kacken kann, so nach dem Motto im Stream. Ich subbe erst rein, dass er denkt, ich bin ein cooler Typ und dann lasse ich richtig einen vom Stapel. Ähm, gibt es auch, aber, äh, je mehr Geld man da auch rein investiert, also jemand, der, der schon 7 Monate von sich aus selber subbt, die Wahrscheinlichkeit wird immer geringer, dass derjenige sich eines Tages voll umdreht und als, als mega Arschloch entpuppt, sagen wir es mal so. und jeder Viewer ist wertvoll, ja, 439, natürlich, jeder Zuschauer ist wertvoll, auch die Leute, die nicht subben können, auch wenn jemand sagt, er möchte nicht subben, finde ich natürlich schade, weil ich mir dann schon denke, okay, ich lebe davon, also derjenige, wenn er jeden Tag den Content schaut und, und, äh, also wenn jemand das hier jeden Tag guckt, dann muss er das irgendwo gut finden, also, dann muss es einen Grund geben, warum er schaut. Und wenn er sagt, gibt nichts anderes, sorry, Twitch ist so groß, YouTube ist so groß, es gibt Netflix, keine Ahnung was, du könntest alles andere gucken, aber du guckst bei mir zu und möchtest nicht unterstützen, äh, also wenn jemand sagt, ich hätte die Kohle locker, aber ich will dafür nicht bezahlen, ist ein bisschen schade, ist dein gutes Recht, werde dich dafür nicht vorverurteilen oder wie auch immer und jemand, der sich es nicht leisten kann, ja, dann kannst du es dir halt nicht leisten, mein Gott, das ist einfach, es ist einfach, ey, niemand, niemand ist, ist, ist weniger wert, nur weil er, weil er vielleicht kein Geld hat. Du musst dann schon damit rechnen, dass, dass ich als Streamer, wenn du, wenn du gerade auch sehr trollig unterwegs bist oder sonst was, dass ich deine Nachrichten vielleicht auch in einem anderen Kontext lese und verstehe, würde dir aber genauso gehen. Und natürlich sind Leute wie, wie zum Beispiel YOLO oder wie bei Ida oder wie, wie, wie auch die Lyria mittlerweile oder Leute, die halt schon echt lange dabei sind, natürlich schaut man auf die auch anders oder redet man mit denen auch anders, weil man einfach dann, das ist wie bei einer Freundschaft, du lernst nicht jemanden kennen und umarmst ihn sofort und sagst, so bist du mein bester Freund, sondern sowas kommt auf Dauer. Man lernt auch als Streamer seine Zuschauer über die Zeit kennen und sagt dann irgendwann, ja, da ist, da ist eine gewisse Vertrautheit da, man hat auch schon mal über private Themen, ne Lyri, private Themen schon mal gequatscht. Ich bin auch schon ein paar Tage hier, ja genau, der Cushy, man hat dann einfach auch irgendwo ne, 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 ne Verbindung, die auch über den Stream teilweise hinausgeht. Das ist wertvoll. Ist halt, ja, krass, unvorstellbar. Wie geht dir das, wenn du das hörst? Freue mich schon sehr darüber. Geht's noch mehreren so, dass sie sagen, Vivi hat echt geholfen, ähm, durch schwere Zeiten irgendwie zu kommen? Ja. Die helfen mir. Bei mir auf jeden Fall. Die helfen mir, sehe ich ähnlich. Also, es ist ein Geben und ein Nehmen. Das ist, deswegen nennt man das Community. Deswegen finde ich das so schön, dass man, äh, dass man als Streamer einen Raum erschafft und dass Leute diesen Raum, äh, bevölkern, beleben und auch bereichern. Traurig wäre ich dennoch gewesen. Ja, guck, Smiley. Siehst du? Einfach mehr Emotes verwenden. Ich glaube, dann wirst du auch in Zukunft aus weniger Chats rausfliegen. Ich bin mir sicher, dass ich auch schon den einen oder anderen gebannt habe, der es nicht so gemeint hat. Aber, äh, ich banne lieber einmal, einmal einen, der, der es vielleicht nicht so gemeint hat und dafür aber 100 Arschmaden. Ganz ehrlich. Und der eine hat trotzdem noch die Möglichkeit über einen Entbannungsantrag, der sich, äh, gewählt ausdrückt oder mir vielleicht auch auf dem Discord schreibt oder, oder Instagram. Äh, das ist bisher aber so nicht vorgekommen. Also, wir haben zwar schon Leute entbannt, die einen Entbannungsantrag gestellt haben, aber für gewöhnlich, wenn ich angeschrieben werde von irgendwelchen Leuten, die gebannt wurden bei mir im Stream, dann sind das meistens auch normal Hasstiraden, weil die, die dann, äh, einfach nochmal eine Stufe weitergehen wollen, weil sie denken, sie könnten mich groß kratzen. So, das ist, nicht, dass mich das nicht berührt, das hab ich ja schon mal gesagt, jeder, jeder dämliche Kommentar, den, also, man liest, wenn man nicht die ganzen Satz liest oder nicht alles liest, man liest einen Teil. Das ist wie, denk nicht an den rosa Elefanten. Ihr habt jetzt alle an den rosa Elefanten gedacht. Das lässt sich nicht vermeiden. Aber, glaubt denn irgendeiner, der hier einmal reinschreibt, äh, du bist ein dämlicher Pisser und du wirst untergehen, dass ich deswegen untergehe? Dass ich deswegen ins Straucheln komme? Dicker, mein Fell ist da viel dicker, als du glaubst. Ich lebe schon mein ganzes Leben mit Depressionen und da kommst du mir nicht mit einem dämlichen Kommentar um die Ecke so. Das ist halt, Pff, Mut. Gerade mit, äh, mir als, äh, depressiven Menschen in der aktuellen Situation hat das Streamen und auch das Streamschauen sehr geholfen. Tut es ja, Arcane. Man könnte teilweise sogar sagen, dass Streamen Leben rettet. Ich werde mich hier nicht als Lebensretter hinstellen, aber, ähm, es gibt viele tolle Streamer und viele tolle Communities und ich bin froh, dass meine auch ein Teil von dem Ganzen ist und dass, ähm, dass viele Leute sich einfach ihr Leben damit verschönern können. Wenn zum Beispiel jemand schreibt, äh, ich guck den Stream auf Arbeit und der macht mir gute Laune, der macht meinen Tag besser. Das ist, ey, man kann aktiv anderer Leute's Leben verbessern. Das ist doch toll. Alles doch. Ach, du glaubst gar nicht, wie viele Bands ich schon bekommen habe, aber wie du gerade sagtest, wenn man es schafft, mit den Leuten dann in Kontakt zu treten, klettert sich das meistens alles auf. Bin ja eigentlich auch ein echt netter. Äh, ja, es, man muss sich gegenseitig auch die Chance geben. Und leider ist es nun mal so, Smiley, äh, dass man als Streamer, man kriegt sehr viel Flack ab. Das heißt, man muss auch irgendwann sagen, ähm, ich lasse gar nicht erst so viel zu. Und, äh, ja, wenn dann einer dabei ist, der, der nicht so ist, dann muss derjenige auch die zweite Chance nutzen und den Entbannungsantrag stellen. Ich meine, wir haben auch dann schon solche Entbannungsanträge gehabt, wie, war nun ein Scherz? Höhö. Wurde der Nexus so, soll ich den entbannen? Sag ich so, nö, warum? Also, der hat, der wurde nicht ohne Grund gebannt gerade, weil er hat einfach den, den richtigen Punkt gerade getroffen. Gebannt zu werden und dann als, als Entbannungsgrund ranzunehmen, war nun ein Scherz? Höhö. Das ist mir zu wenig. Also, dann musst du schon ein kleines bisschen auch Arbeit rein investieren, weil, dich zu bannen, kostet mich einen Klick. Dich zu entbannen, ist rein theoretisch auch nur ein Klick. Aber, ich gebe dir eine zweite Chance, warum sollte ich sie dir geben? Und wenn da nur drin steht als Erklärung, war nun ein Scherz? Höhö. Höhö. Ja, nee. Das ist es halt einfach nicht. Nein. Es ist einfach nicht so. Sorry. Wie sollen wir denn so Kumpels werden, Mann? Wow. Spätestens hier wird mir klar, es ist egal, wie ich diese Streams finde. Sie richten sich auch nicht an mich. Einige dieser Leute sagen, sie seien einsam. Für sie bedeutet Fräulein Freitag und Teil ihrer Community zu sein, um sozialen Leben teilzunehmen. Fehlt dir das trotzdem manchmal ein bisschen mehr, dieser offline Kontakt irgendwie? Und da macht sie einen guten Job. Tatsächlich nicht, weil meine Community, man muss sich immer vorstellen, das sind echte Menschen. Jeder Einzelne davon. Viele schauen sich einfach eine Zahl an und sehen, ja, okay, da sind gerade 500 Zuschauer. Muss ich mir vorstellen, das sind 500 einzelne Menschen, die sich alle entschlossen haben, genau an dem Zeitpunkt zuzuschauen. Das sage ich euch auch immer wieder. Und wir hatten ja vorhin erst wieder so einen Penner, der seinen dämlichen Twitch-Link reinposten wollte. Ey, wenn du mal von mir geradet oder gehostet werden möchtest, dann gibt es andere Mittel und Wege, das zu erreichen. Eine Freundschaft zum Beispiel aufbauen, miteinander Kontakt aufnehmen, und nicht, ey, kannst du mich mal hosten? Nein. Gib mir was, dann gebe ich dir auch was. So wie der Schnee, wurde von mir auch schon gehostet, geradet. Ich merke, der Schnee ist ein cooler Typ, ja, dann kriegt er von mir auch mal ein Rate. Warum nicht? Aber einfach deinen Link irgendwo reinposten? Nee. So wirst du auch nicht erfolgreich, Alter. So landest du unter den Rädern von Twitch. So landest du im Abschaum. Da landest du dann bei den Leuten, die seit 5, 6 Jahren streamen und nur ein, zwei Zuschauer haben. Und warum? Weil euch keiner ernst nehmen will. Weil das, was ihr bietet, wahrscheinlich auch kein guter Content ist. Nicht jeder, der nur einen Zuschauer hat, ist schlecht. Nicht falsch verstehen. Aber wenn Leute das jahrelang machen und keine Zuschauer kriegen und solche Methoden anwenden, weil sie der Meinung sind, das wäre ihr Recht und es würde ihnen zustehen, bei anderen Streamern Werbung für sich zu machen, also ungefragt auch und unerlaubt, und versuchen da Zuschauer irgendwie abzugreifen, dann weiß ich ganz genau, was in euren dämlichen Köpfen nicht richtig geht. Ihr seht dann bloß, so wie sie gerade sagte, so 500 Leute, ihr seht, ah, der hat Zuschauer. Die will ich auch. Dann erarbeite sie dir und hör auf, irgendwie wildern zu gehen, Alter. Das ist so absoluter Blödsinn, Mann. Du siehst in dem Moment ja nur die Zahl. Du postest deinen scheiß Link rein, weil du denkst, die klicken dann alle drauf. Weißt du, was sie machen? Die klicken auf deinen Link, lachen dich aus und gehen wieder. Du machst dich lächerlich damit. Ich finde es respektlos, bei anderen Streamern Werbung für sich selbst zu machen. Wenn der Streamer das erlaubt, wenn der Streamer dir die Plattform dafür bietet, erlaubt, ja, dann ist das in Ordnung. Aber, ähm, macht es nicht. Macht es nicht. Weil in dem Moment, wo ihr, wo ihr in den Stream auch reinschreibt, äh, ich bin, ich streame jetzt schon so lange, ich gebe mir voll Mühe, hoste mich, rate mich oder folgt mal alle bei mir rein. In dem Moment zeigst du doch aber den Zuschauern, die da sind, die sich diesen anderen Streamer ausgesucht haben und bei dem in der Community sind, aus welchem Grund auch immer, zeigst du doch, ihr seid mir eigentlich scheißegal, ich will euch nur als Zuschauer haben. Euch interessiert, äh, mich interessiert nicht, wer ihr seid, woher ihr kommt, was ihr macht, was euch bewegt, was ihr toll findet an dem Streamer, ist mir alles egal. Ich will einfach nur zahlen. Ich will ganz tolle Zuschauer zahlen, ich will den Partner haken, dann will ich viele Subs. Natürlich, wir wollen, wir wollen alle viele Zuschauer haben, jeder Streamer möchte viele Zuschauer haben, möchte viele Subs haben. Das ist, wir wollen alle, wir wollen alle größer werden, natürlich. Aber, also die meisten Streamer, würde ich sagen, interessiert auch ihre Community und dann kommt jemand rein und, ne, macht halt sowas, das funktioniert nicht. Seht nicht die Zahlen, es sind Menschen dahinter und die muss man erreichen. Genau deswegen ist es dann auch wieder so krass, wenn man dann Rückmeldungen kriegt in Form von Subs, in Form von Donations und in Form von Nachrichten, weil man dann sagt, okay, es ist halt, es ist halt wirklich, es ist real, es sind halt, es sind halt wirklich die Leute, die, die, die spüren das, die sind halt da, die sind echt. Ich kenne einen Streamer, der auf seinem Discord einen extra Channel hat, in dem man Werbung für sich selbst machen darf, wenn der besagte Streamer offline ist und da ist es auf jeden Fall, okay, eben, wenn, wenn, wenn ich sage, ey, du darfst deinen Link posten, dann poste deinen Link zu deinem Channel. Wenn ich das nicht sage, dann gehe ich davon aus, dass es erlaubt ist. Was hier passiert ist, wieso Bootscreen? Nichts ist passiert, mein Wester. Nichts Schlimmes. Und gerade durch solche Gespräche merkt man halt auch, wie nah die einem stehen. Mir hat diese Recherche die Augen dafür geöffnet, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft ein Leben online führen. Nicht nur Vivi und Andi, sondern auch ihre Communities, ihre Moderatoren. Das klingt auch schon wieder so wertend und auch falsch, wie viele Menschen ein Leben online führen. Online ist ein Bestandteil unseres Lebens. Unser aller Leben. Ich finde es gut, dass sie sich im Netz austauschen. Und trotzdem finde ich eine Gesellschaft, in der einige physisch immer einsam vorm PC hängen und Geld für digitale Gesellschaft spenden, nicht erstrebenswert. Ich bleib dabei. Meine persönlichen Highlights finden hoffentlich auch in Zukunft offline statt. Ist in Ordnung. Es ist aber auch schwierig, aber auch nicht unmöglich, wenn man über das Thema Streaming redet und man selbst streamt, nicht über eigene Erfahrungen zu reden. Ich finde es in Ordnung, wenn man über eigene Erfahrungen spricht. Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus möchtest. Ich glaube, den Typen kenne ich. Arcane, da nicht weiter vertiefen. Also, falls du den kennen solltest, behalte es für dich, bitte. Das wäre schön. Ruf das Ende, dann geh doch raus. Na, wir müssen uns, wir müssen uns das vor Augen führen, dass gerade online, ich finde, ich finde dieses, dass diese, dass diese Online-Geschichte immer so mit einem lächelnden Auge, ja, ja, die treffen sich ja da online und so. Ey, ich habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier im Internet, über Twitch, habe ich so viele tolle Leute kennengelernt. Ist das jetzt weniger wert, nur weil ich die noch nicht live gesehen habe, noch nicht alle? Warum? Warum? So, hä? Ich habe bei ihr da noch nicht real getroffen, aber ich weiß einfach, wenn wir uns mal treffen, dass wir einfach gut miteinander klarkommen. Ist doch toll. Ich habe den Trixie hier im Internet kennengelernt und dann ist er von Schwerin hierher getingelt und hat zwei Tage Urlaub gemacht. Ein absolut angenehmer Mensch. Ich bin froh darüber. Ich habe den Acid Smack, der hat, der ist, der Acid Smack ist von, der lebt in Österreich. Der hat, der ist, sechs Stunden Auto gefahren bis nach Kempten, nur um mich zu besuchen. Wir sind zwei Stunden durch die Stadt getingelt. Ich habe einen Döner ausgegeben, wir haben gegessen, wir haben gequatscht, wir haben einfach Freude gehabt, wir haben Spaß gehabt miteinander. Dann haben wir uns gedrückt und dann haben wir ein kurzes Insta-Video noch gemacht und ein Bildchen, das habe ich heute noch auf dem Handy. Das ist doch geil. Ist deswegen das Internet jetzt weniger wert? Klar, ich habe an der Stelle meine Kontakte, die zwei, drei, die ich hatte oder auch den Paddy, der mich auch schon besucht hat. Da sind halt dann die Online-Kontakte sind einfach verknüpft und tiefer geworden, weil man sie einfach dann ins reale Leben übertragen hat. Aber es hat sich in dem Moment, wo wir uns real getroffen haben, eigentlich nicht viel verändert. Eigentlich nicht. Wir sind immer noch so zueinander.